einen wunderschönen guten tag beziehungsweise abend oder guten morgen wenn ihr das ganze offenbar an schaut wir spielen heute wieder timberborn und wir spielen mit unserem brackdorf das gar nicht so praktisch ist tatsächlich denen geht es eigentlich relativ gut und ich möchte dass es ihnen heute noch besser geht denn wir werden heute das zeitalter der dekadenz hoffentlich einläuten ich möchte nämlich roboter bauen ja wir können roboter bauen bieber bots wenn ihr so wollt und diese bieber bots werden dann hoffentlich so nach und nach die arbeit übernehmen und dann dafür sorgen dass unsere lieben bieber sich einfach nur noch zurücklehnen und chillen können was passiert nicht wenn bieber bots bieber bots bauen ist das schon der anfang vom ende hoffentlich nicht hallöchen leute hallöchen hier an den chat p9s grüße dich genauso wie rename user der zauberer schleift die zähne ganz genau heute werden die zähne geschliffen roboter teile fabrik brauchen wir ich glaube wir brauchen aber auch eine raffinerie oder ich glaube kann es sein ja ohne raffinerie können oh 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 ich sehe da brauchen wir einiges wir brauchen eine menge frissalien dafür wir brauchen so wie es aussieht für dieses ding hier karotten kartoffeln wasser und was auch immer das da ist dafür dass es gibt diese wow die produzieren aber eine menge von teichrose bringt eine menge holy moly hallöchen checker danke dir für deinen prime sub im dreißigsten und willkommen ja also komm also das erste was wir machen ist jetzt die raffinerie freischalten dann schalten wir die roboter teile frei und dann am ende natürlich auch die roboter fabrik ist eine menge was jetzt heute auf uns zukommt und als erstes würde ich mal sagen wir beginnen mit der raffinerie die raffinerie ist ein gebäude das braucht das energie es sieht nicht so aus als ob sie energie bräuchte das heißt ich könnte die raffinerie hin machen wo immer ich möchte heiter tonic grüße dich willkommen wo machen wir die raffinerie hin wo machen wir sie hin hier wäre es eigentlich geradezu ideal aber dann müsste ich hier als allererstes kurz mal was weg sprengen kommen wir machen das wir sind so dekadent wir sprengen jetzt hier kurz mal das hier weg damit wir den platz hier haben ich möchte dass das passiert freunde so wir haben sie beim letzten mal geschafft nicht nur einen mega fetten 3000 ps motor zu erschaffen na ja gerade eben hat er nicht mehr als die 3000 ps weil der wind nicht ganz so stark ist aber manchmal läuft er halt auch über 4000 aber wir haben es vor allem geschafft auch jetzt hier das wohlbefinden auf 28 zu steigern da waren wir richtig gut dabei und wir haben hier eine völlig übertrieben dekadente pumpe jetzt einen start gebracht die jetzt hier permanent wohl energie produziert und wasser hier hinein pumpt und ehrlich gesagt also diese pump ist schon sehr sehr heftig am start wo wir auch heftig am start sind ist hier hier wollen wir auch unser gebiet noch etwas mehr vergrößern und ich glaube dass ich dieses reservat noch mehr ja noch noch ein bisschen mehr ausbauen will also im sinne von dieser art ich möchte dass das wasser hier wirklich von uns deutlich angehoben werden kann damit es auf dieser ebene hier ist das ist jetzt hier momentan so ein bisschen so mein wunsch deswegen baue ich jetzt hier das auf diese art und weise mal aus das wird schon irgendwie gehen so die eine oder andere art und weise werden das hinkriegen so wunderbar und dann können wir das hier noch so zu ziehen und ja hier müssen wir dann auch noch eins höher gehen genauso beziehungsweise ich bin auf den richter jetzt gekommen warte mal oh gott die machen das jetzt hier gerade eben schon rein dass ich hier wasser ablassen können möchte moment wir machen hier einen dreier rein genau eine dreifach schleuse die holen sie auch hallöchen devil hallöchen auch an frau war ich bin gleich für euch da ich muss gerade eben nur meinem größen waren hier frönen sei mir auch herzlich gegrüßt über frau war dieser schauer getrüben tage zu erhellen und entspannung zu bringen hallo und alle weiteren dergleichen sehr schön formuliert nur ich war nur unfähig ist so schön vorzulesen grüß dich mein lieber willkommen leute so also das ist jetzt hier quasi mein neuer plan dann werden wir das hier auch aufsprengen und dann gucken dass wir das wasser hier in größerer menge hier einlagern um dann können wir vielleicht später hier auch noch solche dinge tun die nützlich sind aber nicht vergessen wir wollen ja jetzt hier und das ist etwas was ich jetzt hier nach vorne lagern möchte ich möchte jetzt anfangen roboter zu bauen oder golems oder maschinen halt maschinen bieber die bieber bots die wollen wir haben hallöchen frank willkommen hier karotte ich kann hier noch mal eine karotte anbauen so hier kommt noch mal eine karotte hin irgendwie habe ich es geschafft dass hier der weg einfach nur völlig behämmert ist sekunde wir machen das jetzt hier mal so ich möchte diesen weg hier verlagern sonst kriege ich früher oder später noch komplexe wenn ich das hier sehe ich möchte mich selber steinigen dafür so wie das aussieht mein innerer monk rebelliert und er rebelliert hart hallöchen echos hallöchen auch an wikrago willkommen leute willkommen ihr seht wir sind hier am start und versuchen jetzt hier das alles jetzt hier mal hoch zu ziehen damit wir das wasser noch weiter einlagern können bis jetzt scheint die pumpe hier ihren job eigentlich ganz ganz gut zu machen wir werden sie irgendwann mal vielleicht noch mal verstärken mit noch mehr windrädern die möglichkeit besteht schließlich hi at willkommen grüße dich so jetzt beschleunigen wir mal gerade eben der tag geht jetzt hier gerade einmal erst mal wieder rum und die bieber ziehen sich zurück was ich übrigens auch noch machen möchte ich möchte noch mehr wasser haben dieses eine wasser bottig line hier dass ich glaube nicht dass mir das reicht ich habe nicht das gefühl dass das ausreichend ist eine dürre steht bevor dann heißt es jetzt hier wieder so viel wasser wie möglich hier rein lassen hier lassen wir schon wieder nicht mehr so viel wasser rein ich möchte dass es das meiste jetzt hier rein fließt wir müssen jetzt wieder eine menge wasser einlagern oh mann nummer nummer nummern wie weit ist das ja nicht offen ja ich lass es momentan noch offen wisst ihr der gag wäre ist wenn wir es schaffen könnten ja das schafft da müsste ich hier waren sich das wasser hier alles einzulagern das wäre auch sehr spannend so ein rückflusssystem einzuführen das hätte was ich mag ja dieses system hier ah guck mal jetzt punkt ist schon wieder härter weil hier mehr wind geht willkommen leute willkommen also wir werden das hier früher oder später auch dann noch mal mit so einem schwerkraft teile glaube ich verbinden müssen aber alles zu seiner zeit dann muss ich mir wegen dem faulwasser was einfallen lassen wieso du meinst wegen dem hier das könnten wir theoretisch weitgehend zu machen also man könnte hier zu machen dass das faulwasser nur noch hier abschwimmen kann und dann ist das hier gar kein faulwasser gebiet mehr das problem wäre eigentlich recht simpel zu lösen wie ich finde und es muss sich ein bieber nicht mal die füße nass machen was er auch definitiv nicht sollte wenn ich mir das hier so angucke ja kathol grüß dich na wie geht's hoffentlich gut willkommen mein lieber ich weiß dass man die faulwasserquelle schließen kann aber das ist eine mords mächtige tech und ich will ja das faulwasser hier eigentlich abpumpen ich will es ja abpumpen weil ich es ja noch brauche ich will nur nicht dass es meine lieben bieberchen hier kontaminiert das ist der teil den ich verhindern möchte so was ich das letzte gottes kostet 12.000 schlammbad 1800 das könnte man machen aber dafür brauche ich eine bestimmte dafür brauche ich erde glaube ich oder schlamm tanzzahl könnte man auch machen das karussell das braucht aber 400 ps ich komme zu dem schluss dass wir diese energie von da oben irgendwie runter kriegen müssen irgendwie müssen wir die energie herunter kriegen haben wir uns jetzt hier endlich vorbereitet jawohl wir haben vorbereitet bumm bumm so das heißt jetzt ich kann jetzt hier den allerersten wichtigen job machen die raffinerie die raffinerierte raffinerie die kommt jetzt hierhin dann können wir nämlich mit der raffinerie hier endlich diese besondere was auch immer das hier ist herstellen was ist das hier nochmal bio kraftstoff das gewidmet also im idealfall aus gelber teich rose und wasser das heißt also wir brauchen deutlich mehr wasser wobei ich die frage stellen muss brauchen wir das überhaupt da oben man könnte das auf den bio kraftstoff auch da unten herstellen weil hier unten ja das wasser ist ist nur so eine idee und nicht vergessen wir wollen ja hier noch mehr wasser einlagern ich vergaß total dass wir gerade eben eigentlich dabei sind hier eine mordsmäßige sprengung hier durchzuführen in vielerlei hinsicht waren wir das sind zwei blöcke das war mal so hier sind es drei und hier sind sie dort zwei es gibt noch einiges was wir weg bämsen müssen und das machen wir jetzt auch so nach und nach ein zauberer während der dünne wäre es gut das faul was umzuleiten wäre es ja definitiv so warte mal jetzt machen wir kurz mal geht da weg so und den weg mal ein bisschen überarbeitet hat hier ist warum willst du nicht oben direkt auch schon das wasser direkt weg sammeln aus puren faulheit gründen hier oben ist sehr sehr wenig platz also irgendwann mal machen wir das vielleicht schon noch aber bis jetzt bin ich eigentlich ganz ganz glücklich das große problem ist dass hier oben das wasser auf jeden fall irgendwann mal faul wasser wird ja weil wir heute dekadent werden wollen tiers man passt du nicht auf was ich auf twitter und ko schreibt heute haben wir vor die bots zu machen maximale dekadenz für uns alle dekadenz für alle vor allem für die bieber wir müssen bis dahin halt daran klotzen aber das ist jetzt so der 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 masterplan du bist nicht auf wix aber du bist auf meinem discord da habe ich auch geschrieben habe ich dich so ok wie sagt der weg jetzt hier der wird jetzt hier umgebaut und wir haben hier immer noch zum glück diese grüne fläche das ist sehr sehr gut und was ich auch sehr sehr gut fände wäre wenn wir jetzt hier schon mal das hier vorbereiten würden wir müssen sie noch nicht in die luft jagen wir bereiten ist nur vor da hast du kaum rechte ja bis da dann noch normaler zuschauer mein lieber ne hi brother ronin grüß dich dankeschön für 46 monate auf stufe 3 vielen lieben dank grüß dich na wie geht's dir hoffentlich gut gut in die neue woche gestartet hoffe ich doch mal ich habe festgestellt dass man von einem muskelkater direkt an den anderen übergehen kann ich habe nämlich jetzt durch den spaziergang gestern harten baden muskelkater wirklich ich bin morgen kam aus dem bett gekommen das ist kein witz der verb ist alt schon wieder dankeschön übrigens akadol dass du tiers einen ein abo geschenkt hast dankeschön mein lieber danke die frau wahre fragt ist die steigerung von größenwahnsinniger dekadenz mörpadenz aber sicher aber erst die zweite steigerungsform hi grüß dich sarka willkommen grüße dich so sieht's aus genau so warte mal also wir haben jetzt hier jetzt haben wir 3000 ps und keiner braucht diese ps ich bin echt am überlegen ob wir auch hier noch mal einen weiteren kollegen richten sollten blöde wärs nicht ja komm das machen wir auf jeden fall auch noch mal wir wollen hier tiefer sprengen die sind immer zwei breit also müssten wir auf jeden fall hier sprengen wir müssten hier sprengen dann können wir das ja auch noch mal nutzen ich bin so arrogant und sage wir sprengen jetzt auch mal hier und dann haben wir noch mal einen weiteren energie speicher hier den kann ich dann ja hier kann ich dir noch irgendwie rein für kann ich glaube ich muss es ja gar nicht hier rein verkaufen ich muss das hier einfach nur hier anschließen dann haben wir das system perfekt unterhalte mich während ich arbeiten muss okay ich kann es ja schon ich kann es ja schon jetzt management auftaucht muss man immer gleich tanzen wisst ihr nein spaß hallo ich in taran willkommen grüß dich hallo ich in mo beides dankeschön für fünf verschenkte saps dankeschön mein lieber willkommen und bruder ron schreibt noch ach war mir auch nicht klar dass es muskelkater zum muskelkater gibt dachte immer das training nach dem muskelkater ist das besser machen soll wegen der durchblutung und so naja also erstens kannst du andere muskeln ansprechen du hast ja normalerweise also es ist arbeitende nicht immer alle muskeln gleich zumindest nicht normalerweise das heißt also wenn du schon teile der muskulatur hast die du schon trainiert hast und den muskelkater haben übernehmen normalerweise andere muskelgruppen im selben gesamten muskel den job sofern war ausreichend vorhanden wohlgemerkt und die habe ich jetzt auch geplagt also ich habe jetzt doppel muskelkater nicht doppel wopper sondern doppel muskelkater das aber ich komme klar ich werde schon überleben die eine oder andere das ist das erste mal dass ich für sie getanzt habe ja siehst du sayaka irgendwann ist immer das erste mal grüß dich so also hier wird jetzt fröhlich weiter gewuselt bei ohne witz ich liebe dieses spiel es ist einfach so gut ich würde mir wünschen dass ich auf 75 voll machen kann das würde ich mir manchmal echt wünschen aber wir kriegen das schon irgendwie hin somehow wie will mensch das dankeschön teufel schimmelmeister grüß dich naja also wie gesagt das ist aber auch etwas was ich tatsächlich erst lernen musste dass das so ist und wenn du wirklich gut trainiert bist dann dann hast du halt wirklich dann wechseln sich die muskeln sogar während der arbeit ab dann auch mühdest du langsamer du kannst deine muskeln so trainieren dass sie sich wirklich abwechseln also auch bei halteaufgaben das ist der grund warum manche menschen wie zum beispiel ich die nicht trainiert sind oder nicht genug trainiert sind bei so halte aufgaben sagt aber du halt das mal manchmal schon nach wenigen sekunden dutzend sekunden oder wenigen minuten ermüden und manche leute schaffen das gefühl stundenlang bei denen wechseln sich die muskeln die ganze zeit ab und dadurch geraten die nie in die ermüdung rein oder viel später besser gesagt das ist eine sehr sehr faszinierende erkenntnis ich glaube brother ronin dass das weiß so ist ja glaube ich zumindest von höheren sagen dass ich schon mal aber erinnert euch hoffentlich dass ich immer wieder betont habe dass ich unter zwang familiären zwang zur fasching schräg strich fasnacht das anziehen musste und ich jetzt nie freiwillig angezogen habe ich möchte das noch mal hart an dieser stelle betont haben genau ich durfte es anziehen richtig genau um teil der gruppe zu sein an der stelle erinnere ich mich wieder warum ich nie teil der gruppe sein wollte ach ja freiwillig gezogen genau was man halt so macht als familienvater und dann gehst du dann zu einer faschingsfeier wo jede menge andere erwachsene sind die also ganz im ernst kann mir keiner erzählen dass ich nicht die hälfte von denen auch wie so ein affe vorkommt in dem moment ein meiden dress nein das mache ich nicht scotty grüß dich hallo hier noch ein black phoenix dankeschön für 18 monate das ist das was das was sich das scotty beheimlich wünscht das ist einer seiner feuchten träume bestimmt der mörb in einem meiden dress aber weiße manche dinge werden träume bleiben scotty manche dinge werden träume bleiben so ok hier läuft auf jeden fall weiter gott uns geht ja so langsam aber sicher echtes metall aus ich sehe dass wir demnächst es gibt doch auch unterirdische metall farmen wie heißt nicht farmen ihr wisst schon minen ne 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 sayaka das überlasse ich ganz euch da habe ich nichts mit zu tun genau minen wir brauchen minen ja ja das probeste problem ist bloß ich glaube hier werde ich keine mine bauen können ich glaube das ist zu klein oder was ich meine da passt keine mine hin da kann ich noch so viel gute mine zum bösen spiel machen wie ich will da wird keine mine hin passen also das heißt wir müssen es entweder da drüben machen dann wünsche ich mir ich könnte weiter rauszoomen ich weiß es gibt eine mod dafür oder wir müssen uns dahin arbeiten minen sind spezielle spots aber wie finde ich die wie erkenne ich einen minenspot das weiß ich noch gar nicht indem ich die map anschaue ach das da das ist eine unterirdische ruine ich habe sie wirklich zum allerersten mal gesehen da gibt es auch eine ich glaube das sind die nächsten zwei nehme ich mal an hier ist noch mal normale ruinen jetzt auch noch mal eine okay also wir haben mindestens drei unterirdische ruinen vier frage ist bloß was ist die nächste also gefühlt ist das fast nah fast ja es ist fast nah sagen wir mal so also wir schließen das system ist hier mal sehen zu dass das wasser jetzt noch weiter rein läuft ich mache es auch schon mal auf halb hoch wir machen hier jetzt kurz mal zu will dass das wasser jetzt hier komplett rein läuft so gut es halt geht ja ich habe jetzt erst die mine entdeckt tatsächlich habe ich bis jetzt damit noch null auseinander gesetzt wie so oft bin ich blind wenn ich etwas kann dann etwas nicht sehen ist halt leider so so als füllen wir erstmal hier dieses ding hier wie gesagt 60 stunden in einem spiel zu haben ist ja nichts heutzutage ja so sehe ich das auch häufiger mal was neues entdecken ist doch schön so jetzt muss ich hier gucken also wir sind schon bei 77 zentimetern hier sind wir schon bei einem meter 95 ja wobei es wankt oh jetzt gibt es überschwemmung stopp jetzt muss es sich erstmal ein bisschen wieder verteilen wie sieht es jetzt hier aus 92 94 95 etwa ein wenig es weiß nicht was es will es ist unentschlossen das wasser 95 96 97 98 99 ok jetzt machen wir auch hierzu stopp das lassen wir hier noch mal kurz ein bisschen raus damit sie nicht völlig überläuft bei uns ja das das wie wir sehen das wasser legt sich gut habe ich jetzt endlich hier und es hat die ding ist angefangen ok 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 jetzt hat sie angefangen oh oh hier läuft noch sehr viel über na das wird sich schon gleich wieder einkriegen sag mal was passiert eigentlich wenn man hier wasser abpumpt kann man das hier leer machen ich frage für einen freund ich stelle mir das gerade spannend vor so jetzt gehen wir hier wieder an irgendwie kümmert sich da keiner um irgendetwas die sind gerade eben mit anderen arbeiten glaube ich beschäftigt wisst ihr was ich mir auch überlegt habe wie man so einen motor noch effizienter gestalten kann wenn man ihn zick zack anrichtet dann kannst du auf engeren raum noch mehr material planten ist aber nur so eine verrückte idee soll es machen wir zu dass wir den rest jetzt hier noch einlagern können der rest der jetzt hier noch kommt das sind wasser quellsteine drin du bekommst du halt wasser faulwasser her ja ja ich weiß dass das so diese steine aber ich meine halt ne selbst in der dürre ist hier ja wasser das ist das was ich meine ob man das vielleicht dann irgendwie bekommen kann frage ich mich das würde mich sehr interessieren so freund jetzt mach mal ganz ganz kurz mal hier mit einer sehr sehr hohen prio das da ich möchte hier nämlich das an den start bringen Hi Solostius, grüß dich Hallöchen auch in den Feldmarschall und Lord Helmchen willkommen so jetzt macht ihr mal unseren schönen Dynamitkram hier hin also bum 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 und bum gut 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 dann ich geh mal ganz vorsichtig an die Sache ran dann dass ich das alles auf jeden Fall auch auf die richtige Höhe bekomme also einmal so und danach machen wir dann nochmal drei tief Hi Jensus, grüße und Hallöchen auch in der Atompilz hier dürften wir eigentlich noch ein paar Kartoffeln hinbekommen wenn alles richtig läuft ah und jetzt kann ich endlich den Weg hier ändern ich bin ja schon beinahe bekloppt geworden beim Anblick in dieses Schandflecks der scheint jetzt hier ein bisschen verwirrt zu sein der kleine Knilch ich habe ihm seinen Weg geklaut es weiß nicht mehr wohin so jetzt ist es ein bisschen anders gut und hier kommen sie auch voran so jawolligens ich glaube das hier mache ich erstmal komplett zu Dankeschön Insus für 18 Monate Dankeschön so ich bin übrigens begeistert dass die Alerts wieder gehen einfach so ohne irgendwie näheres zu tun von mir das ist immer das beste wenn dinge funktionieren ohne dass ich was tun muss okay wir lagern hier immer noch Bretter ein inzwischen schon eine ganze Menge Rohholz haben wir nicht mehr so viel wie ich gerade feststelle warum eigentlich weil wir es glaube ich hart verbrauchen ach so weil wir hier eine Menge Rohholz haben ich möchte es mal dass das Rohholz hier rüber transportiert wird das ist ein bisschen sinnvoller wenn sie gerade sowieso nichts abbauen können Hallöchen thank you very much willkommen und willkommen auch an Horatio Grüße auch an Lorca ja also wir haben jetzt hier schon 161 behandelte Bretter aber that's quite a lot das ist wirklich eine Menge ich muss überlegen ob ich die Schlepperposten nochmal woanders hin packen möchte weil eigentlich sind die hier Quatsch man könnte warte mal kann ich diesen Schlepperposten da oben hin verlagern ja das würde gehen ich mache diesen Schlepperposten da oben hin und lösche und lösche den da weil ich möchte hier dann doch Platz haben um im Zweifelsfall noch mehr Wasser pumpen zu können das wäre glaube ich gesünder für uns alle 200 Kastanien 200 Kiefernharz das hier ist halt alles immer noch komplett grün finde ich voll geil ich glaube auch warte mal warte mal warte mal dass wir jetzt hier auch nochmal dann ein bisschen in diese Richtung planen ich möchte hier das Wasser bis hier noch führen aber allerdings nur ein Feld tief und dann machen wir sobald das hier so weit ist kurz diese Position weg ich könnte auch den Weg hier entlang machen ich glaube ich brauche das gar nicht so weit das reicht wahrscheinlich bis hier dann sage ich wenn diese Bäume hier gemacht sind dass die hier nicht mehr gepflanzt werden sollen und dann kann ich den Weg hier rüber machen was haben wir noch gegrillte Teichrosen Beeren blablabla also wir sind stabil auf den 28 übrigens zur Tür das ist sehr sehr cool und jetzt gucken wir mal ja die haben wir leider noch gar nicht angefangen das war auch kein Wunder bei der Dauer wie das jetzt hier geht hm ich komme zu dem Schluss dass man hier eigentlich egal wie ich es mache es ist doof na ich würde sehr sehr gerne das hier direkt anschließen aber das wird das wird schwierig weil so ist der Weg hier halt schon relativ weit naja wird schon hin ach guck mal jetzt sind ja schon welche am Start ok wunderbar 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 das hier können wir es ja auch kurz mal weglöschen jetzt haben wir nämlich dadurch jetzt hier wieder zwei weitere pumpen positionen wo ich dann später noch mal wasser einlagern kann und ich möchte wasser einlagern oh yes sogar sehr sehr dringend ok so dann können wir hier nochmal weitere warte mal was sind das hier das sind die zweier füllen wir hier mal gerade eben mal auf hier mache ich dann nochmal dreier rein hier mache ich nochmal einen dreier hin ok ok ich will auch auf jeden Fall auch den Weg dann später hier noch tiefer sprengen ich glaube nicht dass ich das hier gerade eben dringend brauche oder ne das brauche ich nicht ich brauche diesen Weg gerade eben nicht das heißt ich mache diesen ähm Weg kurz mal weg auch das hier kommt weg weil dann kann ich nämlich hier wunderbar runter sprengen und schon haben sie jetzt hier wieder eine mordsmäßige Aufgabe ja das lassen wir auch mal hier auf diesen Stelzen noch so stehen das ist in Ordnung wir wollen viel mehr Wasser einlagern viel mehr oh ja im Zweifelsfall einfach nur um noch mehr Wasser am Start zu haben Hi DKS Moro ja also bisher ja also ich bin auch recht zufrieden guck mal hier wohnen die alle jetzt hier auf engstem Raum und trotzdem fühlen sie sich mega wohl oh oh was was hier liegen Kartoffeln rum okay ich muss mal sagen ne ich hab's schon gesagt dass das hier abtransportiert werden soll ich brauche noch mehr Lagermöglichkeiten viel größere Lager für alles mögliche ich muss irgendwie so ein Lagerhochhaus mal errichten glaube ich das wäre wahrscheinlich das Beste das wäre wahrscheinlich das Beste so hier haben wir auch nochmal ein effizientes Bauernhaus wo kann ich jetzt hier ich will ja immer noch Moment das ist die Raffinerie bauen ne die soll in der Nähe meiner Fressalien sich befinden das heißt ich werde wahrscheinlich jetzt hier irgendwie so eine Art ich sehe schon kommen dass wir diese Beeren jetzt hier so nach und nach alle endgültig löschen das das ist das was ich jetzt hier sehe weil ich jetzt auch hier entsprechend verfahre 1 2 3 so und dann bauen wir jetzt hier mal die Raffinerie da drauf oh so so zack das heißt hier muss ich das gar nicht abreißen aber hier oh hier ist schon weniger Wasser ähm achso weil keine Energie da ist ja das macht Sinn Velo hat äh sich gestern dazu entschieden ein Teil der des Biberdamps zu werden Stück Borke gefälligst wie wie bist du ein Stück Borke geworden bitte erkläre er sich ich verstehe es nicht den hier pausieren wir mal gerade eben so die Energie hier oh die sind schon ziemlich weit unten weil wir so krass Windstille haben deswegen guckt euch das mal an okay das ist echt heftig Leute die Windstille macht uns jetzt hier gerade eben echt Energieprobleme das ist eindrucksvoll wow wow ja dann gucken wir mal ne das wird das jetzt hier mal vielleicht mal geändert bekommen Sekunde 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 ja eins zwei so zack da jetzt hin und dann nochmal so ein Teil hier daneben dann sprengen wir noch hier mal drei tief mit hoher Priorität und dann erhöhen wir die Priorität von den Dingern jetzt hier mal auf eh die zweithöchste damit wir hier diese Energie noch haben ich mache mir nämlich gerade eben echt Sorgen um hier um unsere Wind es gibt es endlich wieder ein bisschen Wind es ist lächerlich wenig aber es ist wenigstens ein bisschen Wind da Velo hat sich das Game gestern gekauft und er meint es ist gar nicht so einfach ihm ist die Kolonie häufiger weggestorben ja das ist tatsächlich am Anfang gerne der Fall ich bin bloß froh dass ich es vor zwei Jahren schon mal gespielt habe deswegen habe ich so ein kleines bisschen so ein winzig kleine Vorteile gehabt dass ich nicht sofort alles falsch gemacht habe was man falsch machen könnte was ist denn da los Weizen kann man übrigens auch noch anbauen ne das ist voll Knorke mit der Burg weil mal dieses Bauernhaus hier kontrolliert bis hier oben und die haben nichts zu tun lasst uns mal Weizen anbauen bis wo geht das? bis hier jetzt fangen wir hier an mit Weizen und ich würde vorschlagen wir machen den Weizen auch bis hier das erste bin gespannt wie viel Weizen wir am Ende wirklich brauchen werden wie viele Teichrosen haben wir eigentlich eingelagert keine Ahnung gucken wir uns später an bestimmt diese Karotten kann ich ja auch noch hier hin machen die Frage ist wie viele Karotten kann man wollen wir haben eigentlich jetzt schon zu viele Karotten da Hallöchen Orion Willkommen Uns geht echtes Holz aus wie kann das sein die verarbeiten das alles hier wie nicht gescheit pausier mal gerade eben ich habe zu viele bretter ich muss das gerade wirklich mal pausieren leute die haben einfach ist hier alles radikal verarbeitet so schnell kannst du gar nicht abbauen habe ich den eigentlich schon erlaubt das jetzt hier zu fällen habe ich den nicht dann muss ich das hier kurz mal ändern so kommen wir zumindest mal ein bisserl holz jetzt hier ran bin überrascht wie viel holz wird hier gerade also wir haben seit ewigkeiten kein holzmangel mehr gehabt das haben wir mal wieder geschafft das ist neu naja ein neues altes problem wir hatten es früher schon aha und jetzt kommt das jetzt auch endlich mal dran so sprengen wir mal zack zack in die tiefe denen geht es demnächst die luft aus noch ein bisschen haben sie ein fönchen und natürlich noch ein bauwinn willkommen willkommen zu timberborn ich würde echt gerne irgendwie da hochbauen warte mal warte mal ich habe eine total bescheuere idee geht das kriege ich das hin moment das müsste gehen völlig banane aber warum nicht har har seht ihr das was ich meine dann wird das jetzt hier auch schneller erreichbar hier in dem gebiet dann haben wir eine fantastische verbindung alles zu seiner zeit birkenharz gibt es gar nicht glaube ich du kannst bei den bäumen gucken was sie also produzieren hier birke macht nur holz macht nur holz kiefer wie ihr seht macht holz also zwei und macht harz dann gibt es hier noch die kastanien vom kastanienbaum dann gibt es ahorn kann man ahornsirup draus machen und das war's dann gibt es natürlich noch andere bäume bei den eisenzähnen aber dafür muss man die eisenzähne spielen genau du brauchst die kiefer dafür so jetzt holt mal die bretter hier an zahnräder metallblöcke haben wir auch zuhauf da so keine ausrede jetzt haha das schöne ist dass der kram hier wirklich mit maximaler energie beginnt wodurch ich jetzt einfach mal hoffe ach guck mal also das geht jetzt wirklich langsamer dadurch es lohnt sich krass die hier miteinander zu rekombinieren warte mal ich verbiete mal dass hier noch der hier angebaut werden darf ich möchte hier nochmal eins daneben bauen die energie reicht einfach nicht aus als kittels grüße willkommen willkommen bei den bieberlein heute ist der langzeitplan botter zu bauen bieber bots halte ich hinein prime grüße soll es haben noch 3,6 tage was ehrlich gesagt total billow ist auf einmal haben wir wieder holz auf einmal haben wir wieder holz da ist es gut genau du brauchst eine zapffhütte um harz abzubauen du musst im grunde hier eine zapffhütte errichten die hat einen einflussbereich und dann solltest du am besten deinen kieferbäumen sagen oder auch die den nahornsirup hier machen dass bestimmte bäume nicht gefällt werden dürfen weil die bäume brauchen nachdem sie ausgewachsen worden sind also komplett ausgewachsen sind zwölf tage auch die kiefer zum beispiel brauchen die noch sieben tage um dann zum beispiel harz zu produzieren und bei den kastanien siehst du es ja hier also die haben alle so ihre eigenen zeiten warum ist das hier braun ach weil es ahorn ist das ist ein anderer baum macht sinn so solange ist man aber sicher jetzt sind wir bei 94 pops ich bin aber überlegen wir könnten eigentlich noch mehr bieber haben wir können noch mehr bieber haben wie viele bieber wollen wir haben das ist die große preisfrage die uns jetzt hier bewegt also ich mache jetzt hier mal äh gott das muss ich überlegen hier könnte man halt auch noch eins hin machen ein hündchen aber dann kommen wir hier nicht mehr so wirklich durch es sei denn wir machen so ein egoisten haus hier hin könnten wir noch mal ein egoisten haus setzen und dann komme ich bis dahinten und dann kann ich hier noch mal eine hütte setzen ja dann setze ich da noch mal ein haus drauf dann setze ich da noch mal ein haus drauf und das hier brauchen wir halt vielleicht noch für andere freizeit aktivitäten oder so was in der ort das ist die frage ob die ersten beiden streams schon gesehen hast wenn nein hast du zwei streams verpasst willkommen ich habe heute nur angekündigt dass wir vorhaben das ist das ziel für heute so ein bisschen richtung roboter zu gehen für die maximale dekadenz unserer bieberchen das ist zumindest das was ich erreichen möchte ob es klappt werden wir sehen und ich baue hier gerade eben schon mal ein paar problemlösungsstrategien hin wie du siehst hier damit hier der weg schneller zum beispiel nach oben geht sonst müssen die alle ewig außen rumlaufen das ist nicht ideal wie es bis jetzt gewesen ist so und auch das hier bauen wir weiter also ein größeres wasserreservat hier um hier noch mal fläche zu begrünen noch abzusichern mehr abge mehr wasser ist besser und ich habe heute zum allerersten mal gesehen dass es unterirdische ruinen gibt das finde ich gut jetzt dass ich finde es gut dass ich weiß jetzt wie sie aussehen und wir vertiefen hier auch noch mal unser reservat kann man mit einheiten oder helden benennung einen bieber nennen ja ja klar kann man machen und kann man machen haben wir alles auch schon gemacht da war ja beim letzten mal das lustige dass wir drei varianten von sir bieber flott drei verschiedene varianten das empire bieber building nein wir sind friedlich wir tun keinem was sonst lasse ich immer das wasser rein gehen auf die halbe höhe das rest wasser jetzt mal rein lassen sprengstoff habe ich 31 und ich brauche ja hauptsächlich extrakt um die potenz des sprengstoffs zu erhöhen und ich würde behaupten ja also 300 ist schon mal nicht schlecht also wir haben genügend sprengstoff das erste werden noch mehr brauchen aber alles zu seiner zeit so was kann ich eigentlich mit weizen machen da kann ich dann brot backen was ist das rohrkolben cracker ach das sind rohrkolben weizenmehl okay ich muss also in der getreidemühle dann erstmal entsprechend sachen produzieren ich habe noch keine getreidemühle die braucht 60 pm ein wissenschaftlicher name castori day franken kiefer da kriegst du auf jeden fall einen jungen bieber dann lebt der möglichst lange also castori day franken kiefer ich hoffe ich habe es richtig gemacht was ich gut finde ist dass das ding hier auch dauerhaft jetzt hier ohne ohne arbeiter funktioniert das ist so wichtig okay gut 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 wie viel energie wird hier gerade übertragen 660 ps zwei tage lang müssen wir jetzt noch diese dürre durchstehen ideal ist das nicht ich möchte diese energie irgendwann mal auch hier runter kriegen das ist mir wirklich ein anliegen leute ich möchte die energie runter kriegen die frage ist bloß wo wir sie dann hinpacken man könnte sagen dass man vielleicht dieses kartoffelfeld anfängt zu ignorieren und hier vielleicht nochmal ein paar arbeitsplätze erschafft ja ich glaube das mache ich ich sage dass 123 die hier wenn sie abgeerntet sind erstmal nicht mehr neu gepflanzt werden sollen das würde uns an der stelle ein bisschen weiterhelfen für ein golem brauchen wir noch einen verrückten wissenschaftler der den haben wir jetzt hoffentlich der hat echt einen chilligen job hier der junge gerade eben hier passiert einfach originalen gar nichts was machen die bieber eigentlich gerade eben machen die sinnvolle dinge ich weiß es nicht ich hoffe es ach ja die machen immer noch hier rum dr frankenbiber ok dann kommt der nächste dran hier unten dr frankenbiber aber schon zwei verrückte wissenschaftler im grunde sind sie ja alle verrückte wissenschaftler oh gott hier geht schon wieder nichts mehr ich muss auch hier irgendwie die energie speichern um das ding hier anzutreiben ich versuche gerade zu beobachten was die machen aber ich glaube ich muss hierhin gucken ja jetzt kommen sie hier voran sie kommen hier voran ach da kommt man nicht hier wollte mich verarschen zu weit von einem distrikt entfernt dann machen wir das jetzt halt anders da bekomme ich ja das große seufzen hier also maximale priorität auf diese dinge hier dass man da oben noch ran kommt der hier muss noch nicht gemacht werden ja die machen sie es hier gerade eben nicht unbedingt leichter und damit mir auch nicht aber wisst ihr was wir gleich machen wir werden ja eine treppe hoch machen ich könnte die energie schon runter legen aber das wäre krasses projekt also wir werden das früher oder später machen ich könnte ich habe hier oben ja schon die grundvoraussetzung dafür geschafft dass man die energie hier entlang führt und dann irgendwie hier rund und dann darüber über einen mordsumweg so eine riesige energiepipeline um alles hier mit energie zu versorgen was mit energie versorgt werden muss auch hier habe ich vor was mit energie zu machen da kann ich auch die energie runterlegen hoffe ich ich hoffe dass ich irgendwie die energie runterkriege so die dürre ist beendet dann machen wir überall mal komplett auf wie tief sind wir hier 14 das heißt ich kann es ohne probleme schon halb aufmachen dann laufen wir sie nicht über ganz genau mit plattformen aber meine bieber haben gerade eben einfach sehr viel zu tun wobei ich aber auch zehn arbeitslose bieber ich habe zehn arbeitslose bieber na gut gleich habe ich nicht mehr zehn arbeitslose bieber wenn ich jetzt den hier wieder jobs gebe ich denke man könnte noch mal eine weitere bauarbeiterunterkunft irgendwo erschaffen vielleicht hier oder ich bin mir so unschlüssig hier wäre es wäre halt cool wenn ich hier nochmal eine machen könnte wisst ihr was wir machen das wir sprengen uns hier kurz mal hier zwei und hier eins zurecht mit maximaler priorität dann kann ich seine bauarbeiterunterkunft noch setzen hallöchen kai willkommen und hallöchen auch einen lucky dampf denn dann haben wir noch mehr die für uns jetzt hier bauarbeiter sachen machen die kontaminierungsbarriere ich muss ganz ehrlich sagen mit der fange ich am allerwenigsten bis jetzt an so gefühlt so wusel 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 da ist das jetzt schon dran sehr gut ach da kommt keiner ran hier kommt schon wieder keiner ran ok ja dann halt zuerst mal ähm ich glaube ich muss es unnötig kompliziert machen ne ich glaube ich muss es unnötig kompliziert machen ja ich habe das Gefühl das muss ich da komme ich nicht drum rum noch so viel material rum und keiner sammelt ein ein bisschen macht das unnötig kompliziert den charme des games aus das stimmt das stimmt das ist ja immer so ich denke mir bloß halt immer quasi von oben runter könnten sie es fallen lassen aber so machen sie es leider leider nicht das alles nur für noch mal ein paar weitere bauarbeiter ne ach jetzt fangen sie hier schon an jetzt sind sie hier schon am start dann bin ich ja froh dass ich das wenige dynamit was ich jetzt habe hier noch sinnlos verpassen kann ok der hier ist auch wieder betriebsbereit ok ok warte mal das können wir sogar abbrechen abbrechen abbruch doch das hier wollte ich abreißen genau dann nochmal eine bauarbeiter unterkunft hier hin mit maximaler priorität und dann geht das alles hier nochmal um 50 prozent schneller so so ah jetzt muss ich hier nochmal eins hoch bauen das machen wir danach jetzt auch mit der höchsten priorität und dann wie gesagt müssen wir hier noch hoch sonst können wir das da oben gar nicht errichten die kommen auch hier nicht dran die kommen auch hier nicht dran ja dann machen wir das ja später ähm und ziehen jetzt erstmal einen weg hier lang und wenn ich dann hier oben bin kann ich auch den weg da lang wählen manchmal steht man sich auch einfach nur selbst im weg so jetzt läuft hier auch alles wieder und guck mal wie schnell hier die energie wieder voll ist das ist mega krass was das ding hier an energie prompt über 3400 ps hier wieder und man könnte das ding tatsächlich noch im zickzack machen dann würde es noch viel mehr energie produzieren hi guardian grüß dich na also man könnte hier so ein zickzack muster machen wupp 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 immer so pro ähm links rechts kurve ein äh wasserrad dann würde man hier wahrscheinlich 1 2 3 4 5 6 7 vielleicht sogar 8 wasserräder reinkriegen auf dieselbe fläche wo wir jetzt 4 haben ich weiß bloß nicht ob das wasser wobei das wasser würde ja trotzdem immer noch stark strömung haben aha jetzt machen sie hier endlich was sie sollen guckt euch mal an jetzt machen sie endlich was sie sollen das ist gut nein 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 warte mal oh gott tu mal langsam mit die junge pferde ne tut mal langsam mit die junge pferde macht erstmal das da drüben fertig jetzt wo ich es gerade sehe gut nicht dass sie da jetzt hier irgendwelche fehler machen die ich am ende noch bereue so wie hoch ist das wasser hier ich glaube ich kann ein bisschen wasser weniger hier rauslaufen lassen hallo ich bin marco berlin grüße dich willkommen ja ich hab seit anfang des jahres ne lesebrille und hab sie auch beim zocken an also damit ich besser lesen kann was ich da spiele hab da nämlich in letzter zeit so ein paar probleme entwickelt altersbedingt die haben es hier immer noch nicht fertig achso weil ich wieder äh ich hab das falsche jetzt hier wieder aktiviert ja ja Kai das ist das problem mit solchen titeln von irgendwelchen serien oder auch filmen insbesondere im deutschsprachigen raum ist es immer wieder manchmal ein bisschen cringe was da raus gemacht wird 131 altmetall also gut mir geht jetzt so langsam aber sieht das altmetall aus ich habe aber 250 ähm 250 so jetzt machen wir hier mal Pause Barren ich brauche nicht mehr wir können es hier ruhig angehen lassen der hier der kann auch mal pausieren der macht gerade eben nichts mehr jetzt gucken wir mal dass wir alle Bretter voll bekommen so Moment ja das sieht hier gerade eben ganz vielversprechend aus was wir da treiben was ich im Grunde eigentlich hier brauche Leute ist sowas hier einfach so ein Weg rüber wobei es smarter wäre es da zu machen wo ich sowieso einen Weg haben will hier so jetzt fehlt hier noch ein Bäumchen dann haben wir den Weg da hoch hey Avenger grüß dich dankeschön für 16 Monate willkommen mein Lieber so zack 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 grüße willkommen bei den Biberlein ich könnte glaube ich hier echt noch einen zweiten Faulwasserpump dude haben ne das Faulwasser scheint mir hier nicht so schnell abhanden zu kommen also es kommt mir zumindest so vor ah jetzt werden auch die ersten Kartoffeln hier nicht mehr benutzt gut 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 das hier ist auch noch nicht gebaut wir hinken so hart hinterher mit unserer Arbeit wir haben aber schon wieder sieben arbeitslose Biber heftig hm ah ich bekomme gerade mein Abendessen das ist tatsächlich von Löwenanteil Leute was ich jetzt hier zu essen bekomme was ist das der Berglinseneintopf genau leckerer Berglinseneintopf ich habe in letzter Zeit wie gesagt häufiger das Zeug gegessen und ich stehe voll drauf hm 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 oh vor allem Linsen Linsen ist für mich einfach nur ein Traum der Berg Löweneintopf hallo 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 an den Lieferanten Entschuldigung ich habe dich vorhin schon gesehen ja das war meine Frau gerade eben die reingekommen ist wir machen auch beide jetzt also sie hat mich jetzt angefixt zu so einer Low Carb Diät und ich habe festgestellt oder wir haben festgestellt dass man tatsächlich das Essen von Löwenanteil dafür auch benutzen kann weil es halt wie gesagt wenig Zucker hat das passt also quasi wie die Faust aufs Auge gerade eben für unsere Pläne hm hm okay wir haben noch fünf Sprengstoffe das ist nicht sehr viel was brauche ich nochmal für die Sprengstofffabrik wüsste denn nochmal hier ist sie doch ah der verbrauchte so ein Arsch voll Faulwasser das ist das Problem also wir brauchen wirklich nochmals einen weiteren Pumpe nickel hier eine weitere Faulwasserpumpe please oh Gott dafür brauche ich wieder ein Podest und das muss verbunden werden mit dem hier äh zack so dann kriegen wir das hoffentlich immer mal voll aha jetzt ist das hier auch da das Leben wird also besser hm hm zeig ich euch gerade eben mal so ein bisschen ich weiß nicht ob ihr es sehen könnt könnte auch sein dass hier vielleicht durch den Greenscreen ein paar Farben rausgerechnet werden hm das schmeckt echt gut ich glaube ich muss das mal kombinieren mit Spätzle dann habe ich Linsen und Spätzle hm der Schwabe schlägt schon wieder zu in mir ah das haben wir es auch schon geschafft oh Gott ich muss irgendwie den Weg hier noch rüber kriegen ähm Moment ich habe eine bessere Idee ich habe eine bessere Idee wie ich das hier mache wir machen das hier hin so jetzt mal ganz ganz hoch hier die Prio setzen damit ich hier das hier alles ändern kann und zu beim essen nom 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 hm 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 wo wölf dann gebraucht das hier ist es geschafft bmw 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 also der anfang ist schon mal gemacht jetzt ihr hier machen sind leider noch nix wir immer noch fünf arbeitslose man überlegen kann ich irgendwas ich würde am liebsten nochmal ein paar weitere träger in den start holen aber dafür brauche ich langen aber sie hat platz da drüben oder wir holen hier oben noch mal ein paar träger an man könnte aber auch einfach hier sprengen ja inzwischen ist sprengen für mich die lösung für alles aber so sagt hier noch mal ein bisschen platz schaffen für meine aktivitäten wir haben übertrieben viele metall blöcke wenn ich das mal so sagen darf übertrieben viele als bringen sie den sprengstoff ran war ja klar und dass er wurde noch nicht gebaut genau dankeschön frank so jetzt guck mal dass jetzt das hier mal kurz zu ende bringt wie gesagt dann kann ich diesen planen sie endlich in die tat umsetzen ich kann den weg beenden welchen weg kann ich beenden also den wir können jetzt auf jeden fall beenden ich bringe stoffe so ach so den weg meint ja na also das haben wir hier immerhin noch mal ein bisschen mehr weg geschaffen dann ist der weg hier vielleicht ein bisschen kurz aber wahrscheinlich nicht so ok jetzt könnt ihr das hier voll fertig machen und dann machen sie hoffentlich nach und nach dass ihr voll fertig hab schon gesehen zauberer danke noch mal ich kann auch jetzt hier schon mal sagen dass hier mal die prio höher setzen sollen eine menge frissalien im start mann 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 auch hier noch mal ein weiteres energieding zu bauen aber solange dieses bäumchen noch da ist ja wir müssen warten der wächst glaube ich gerade noch nie der ist der ist schon fertig der muss immer mal abgebaut werden der wird gar nicht die sind gar nie zum abbau hier geplant gewesen und hier können wir auch jetzt abreißen weil wir sammeln hier ja nichts wir sammeln ja nur hier das war grad die krass verschwendung also zeitliche verschwendung werden schon viel früher mehr matz haben können rion meint eine reihe an explosion ist eine symphonie symphonie seine form der musik musik ist kunst und kurz ist immer gut die kunst der sprengung okay dass er war jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig aber sie kommen von der seite aus ran so jetzt seht mal zu dass ihr ganz im ernst ich glaube ich muss denen hier ernsthaft sagen bitte macht einfach mal das hier mit einer gesteigerten vehemenz ich hätte es gerne weil sonst wird irgendwie mein kleiner wasserspeicher hier nicht fertig und das muss ja nicht sein bisschen was auch noch cool wäre wenn man so ähnlich wie in minecraft solche beweglichen klötze hätte und du könntest dann quasi das wasser von unten nach oben schieben so um eine stufe oder so bei bedarf das würde ich voll cool finden so haben auch noch mal ein gebäude ich habe auch mal ein bisschen platz für ein gebäude machen wir das jetzt hier wie machen wir das wie machen wir das könnte mal überlegen eine völlig bescheuerte idee in die tat umsetzen aber gut es gibt hier noch genügend sachen die die noch bauen müssen also deswegen warten wir noch mal mit solchen verrückten ideen du hast da solche pumpen die werden dann mit der hand wohin gebracht meint phoenix also ich habe diverse punkte ich habe es eine automatische pumpe ja und ich habe solche handpumpen da muss ich aber das war es erstmal hinbringen das ist korrekt so wie weit seid ihr ihr seid jetzt schon weiter gekommen irgendwie hat sich hier immer noch keiner zuständig gefühlt das hier anzugehen das hier brauchen wir auch nicht mehr der drops ist gelutscht gut das bringen sie ja noch weitere mats sehr gut mechanische flüssigkeitspumpe über wasser wasserpumpe große wasserpumpe baulwasserpumpe flüssigkeitsableiter ja genau das ist ja die mechanische flüssigkeitspumpe genau die habe ich ja schon die besitze ich ich kann sie stolz mein eigen nennen faulwassersiel faulwasser förderanlage gibt es eigentlich irgendwie eine möglichkeit aus faulwasser sauberes wasser zu machen gibt es da eine möglichkeit ich glaube gibt nichts in der art oder warte mal der weizen ist fertig wir müssen den weizen irgendwie einlagern nur wo ich habe eine idee haha so jetzt kann ich hier weizen einlagen die frage ist wo ist der weizen das ist der weizen genau da kann ich weizen einlagern und was will ich hier einlagern weizenmehl haben direkt beides nebeneinander den weizen und den weizenmehl könnt ihr sogar noch verrückteres storagepläne in die tat umsetzen wenn ich gerade so drüber nachdenke da geht noch ein bissl was hier aber erstmal ja wobei ne erstmal sollen sie das jetzt hier voll bauen ich höre jetzt mal die priorität von dem her aufs maximum irgendwie ist bis heute da kein arbeiter rangekommen also kein bauarbeiter ich möchte dass sie das jetzt hier endlich machen hm 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 ich glaube ich dass das spiel enten kennt oder oder das ist eine ernst gemeinte warnung so jetzt bringen wir mal wieder matz ran bei dynamit sind wir leider nicht mehr ganz so schnell noch drei arbeitslose ich glaube fast dass ich hier die priorität für die dynamit hoch setzen muss sonst wird das alles hier noch vorher gemacht warum endlich 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 die kartoffeln werden ja auch nicht irgendwie benutzen ne also ich sehe dass ich viel zu viel nahrung produziere ich könnte viel mehr einlagern wenn ich die lagerstätten dafür hätte ich müsste demnächst mal wirklich anfangen radikal große lager zu bauen äh dann kenne ich das meme tatsächlich gar nicht mit asche über mein haupt so hm nom nom so dann machen die das ja voll fertig ich bin immer noch so begeistert davon dass es zarte zwölf holz kostet jedes einzelne von diesen blöckchen da ne das ist schon krass so zack und go so ah wie nice die haben das jetzt schon fertiggestellt überraschend schnell wenn ich mal ehrlich bin an der stelle krass krass aber warum haben die das so früh gemacht ach weil es nur rohholz kostet und die träger hier teilweise nicht ausgelastet sind ich habe diese teilweise nicht ausgelastet also wir machen jetzt das hier mal weg das brauchen wir nicht mehr den weg hier brauchen wir eigentlich auch nicht mehr ich brauche diesen pfad nicht mehr aus diesem pfad lassen wir noch aber die anderen lassen wir mal weg brauchen wir nicht mehr da kommen sie an und bauen das hier fertig das ist noch drei stücke ich muss echt mal gucken dass mir die sprengstoffproduktion noch weiter hoch geht 213 zahnräder haben wir jetzt also ja demnächst werden die dinge hier still stehen der ist schon voll der macht ja das jetzt auch noch voll fertig aber es ist in ordnung wenn wir das zeug dann alles auf lager haben passt hier könnte man theoretisch auch noch was machen aber dafür muss ich noch einen weg dann da rein führen in die karotten fällt auf der anderen Seite ich brauche gar nicht so viele karotten was könnte man da rein machen irgendetwas was keine energie braucht und da fingen die probleme an oh das ding geht schneller voller als ich dachte ok wir machen jetzt hier direkt die planung hier für die getreidemühle die braucht 60 ps verflixt die braucht 60 ps moment ich sag mal dass hier keine bäume mehr angebaut werden sollen das brauche ich jetzt hier nicht mehr ich brauche den platz um die getreidemühle jetzt hier zu bedienen alles von timmerborn ist von holzkern mein orient tja hätte ich dafür jetzt bloß ein placement ne würde wie die faust aufs auge passen oh wir bekommen eine faulwasserflut ja das heißt wenigstens dass die energie weiterlaufen wird aber es ist kein problem oh was macht der hier eigentlich der hat nichts mehr zu tun nie wieder hat der was zu tun wir bauen hier kein altmetall mehr ab das heißt also wir werden auch in absehbarer Zeit uns um das altmetall in übersee kümmern müssen da hinten weil ob ich mich jetzt da mühsam hinarbeite oder da spielt jetzt glaube ich nicht so die mega rolle würde ich mal behaupten ok das hier ist fertig dann bumm jetzt füllen wir das jetzt hier mal eine ganze ecke dauern bis der kollege das hier glaube ich gefüllt bekommt die ps laufen da gerade eben rein zu wenig nach wie vor zu wenig ps ich glaube wir sehen mal zu dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen mehr energie rüber bekommen oh jetzt trocken sie alles aus ja 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 das war zu erwarten dass das passiert jetzt gucken wir bloß dass wir das problem gelöst bekommen bevor es schlimmer wird so den weg machen wir weg den weg machen wir weg wir sehen es zu dass wir die energie rüber bekommen also das ist jetzt die höchste priorität das ist die zweit höchste priorität und das ist die normale wir brauchen mehr energie jetzt einfach damit der jetzt hier noch mehr wasser pumpt dass wir das jetzt hier alles wieder gefüllt bekommen es wird dauern das zu füllen so 30 papier das ist eine menge papier wir haben wir mal nur noch 20 ihr unfassbar dusling ah ich krieg ja nur ein bisschen ne krise ah diese bieber eh evolutionär auf jeden fall noch nicht auf der höhe der menschheit oh nice jetzt haben wir diesen weg endlich so ab jetzt können die hier bio kraftstoff aus karotten ganz im ernst wir haben so viele karotten aber ich habe auch glaube ich ein arsch vor teichrosen ne wir machen aus teichrosen aus gelben teichrosen machen biokraftstoff das problem ist bloß den muss ich jetzt halt auch irgendwo noch einlagern den muss ich einlagern also muss ich vielleicht doch noch diesen weg jetzt hier öffnen und eine lagerstätte hier irgendwie hin planen so ihr kleinen bieberlein jetzt seht mal zu dass ihr das dinge zum laufen bringt die kleinen duseligen welchen hm man könnte jetzt natürlich auch schon anfangen an verrückten dingen zu arbeiten wie zum beispiel der energieübertragung hier rüberwärts das ich habe hier noch mal eine holzfeller fahne ich denke aber dass ich ohne probleme diese holzfeller fahne hier hin verlagern kann ja das machen wir ich möchte hier diese holzfeller fahne haben wie lange braucht der noch gerade eben erst angefangen okay dann dann reiß ihn raus weil dann kriege ich das hier vielleicht rüber bewegt irgendwie oder wir bewegen es hier rüber wir werden es irgendwie rüber bewegen die raffinerie braucht energie ne die raffinerie braucht keine energie das ist verrückte daran ich habe es auch erst gedacht dass die sowas braucht aber nö die braucht es nicht so und äh nein das ist falsch jetzt muss ich gerade eben mal gucken wie ich das wasser jetzt einlagern kann dann nehmen wir ein mittleres teil maximale priorität für diese anlage jetzt hier und dann sage ich dass hier der biokraftstoff eingelagert werden soll was katalysator nein genau biokraftstoff so dann werden es immer die teichrosen auch mal zu sinnvollen sachen noch weiter verarbeitet Moment habe ich gerade gemacht habe ich gerade gemacht den weg der hat vom wasser ausgebaut wie geil so dann bring mal bretter und zahnräder ran davon haben wir jetzt nämlich einen haufen ok nur noch mal überlegen wie ich die energie jetzt hier rüber bringen soll ich denke ich würde diesen vielleicht auch einfach hier so rüber über über die wohnhäuser drüber ne das ist keine gute idee wir müssten es wirklich außen rum führen weil hier gibt es echt nicht viel platz oder wir machen es wirklich hier so rüber das verrückte ist das würde hier gehen das würde hier gehen ja das würde gehen ok das problem kommt man da eigentlich gerade eben noch hoch um hier irgendwas zu basteln an dem teil weil ich muss hier eigentlich erstmal was austauschen ach ja also gut ich muss wieder eine gewisse konstruktion ich komme da gerade eben gar nicht hoch moment ich mache jetzt mal hier diesen weg kurz mal weg dieser weg muss kurz weg dann machen wir es hier eine vierer eine x-anschnittstelle unserer welle hin oh god ja da ist das jetzt ja alles gestorben das ist nicht so schön so wie viel energie wird das hier übertragen 666 sehr diabolisches wasser ein feld hoch oder runter kommen die noch dran ok also wie gesagt das ist jetzt erstmal hier nochmal so eine Übergangslösung das ist hier die vierfachenergie so das jetzt hier kommt weg jetzt haben die alle gerade eben keine energie mehr aber das ist gar kein problem jetzt kommt der kollege dran mit maximaler priorität das hat er dir das holz da oben hingelegt so zack fertig jetzt kann das hier wieder weg der weg kann wieder geschlossen werden hallöchen abgezockt danke dir für 13 monate willkommen und dann gehen wir hier hin hier hin ja zack zack dahin also wir müssen es irgendwie hier hin bewegen ich möchte die energie wirklich genau hier rüber führen also bis hier müssen wir kommen bis da so die bauen das jetzt hier alles von unten schon mal das ist genial und dann müssen wir irgend wieder runter kommen naja alles zu seiner zeit erstmal bauen wir jetzt hier die antriebswellen zumindest mal bis hier kommt man überhaupt dran ja die kommen daran wunderbar zipp 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 guck mal wie schnell das geht hier also hier oben bauen also hier oben bauen sie wirklich ab wie schnell so wir haben jetzt bald das faulwasser als problem ja komischerweise ist es hier grün und hier nicht wie viel energie ist jetzt da nur 345 das ist sehr sehr wenig ich finde es gut dass sie das einfach so oh die können das hier nicht hoch bauen nooo das ist doof die kommen da nicht hoch hm 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 ok ja da kommen sie nicht mehr so richtig hoch also gut dann machen wir jetzt erstmal hier nochmal einen weg nach oben reißen das jetzt hier nochmal ab und ich sage es immer direkt schon mal hier niederste priorität niederste priorität niederste priorität niedrige priorität normale priorität hohe priorität es muss ich halt irgendwie an den da noch rankommen ohne mir ein abzubrechen ne wir bleiben hier bei niedrigster priorität hier erstmal oh shit ähm also weg 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 ja leider weg ich muss von da aus hochkommen sonst wird das nix noch einen weg hoch drüber bauen äh da gibt es keinen weg dahin und alles andere wird ein bisschen zu auf dann wird es ein bisschen zu heftig also sinnvollste ist tatsächlich es so zu machen in meinen augen ja eine zwischenebene hätte es auch getan aber wir machen es jetzt ohne zwischenebene ich muss das hier stück für stück planen Das Faulwasser hat begonnen. Wir schließen. Wir schließen jetzt hier oben erstmal. Äh, da unten meine ich. Und lassen noch so viel sauberes Wasser rein, wie nur geht. Wo wir wahrscheinlich jetzt auch nicht austrocknen werden. Jaja, es sind noch vier Tage, das ist lächerlich. Wie gesagt, also mittlere Schwierigkeit ist sehr, sehr einfach eigentlich. Also der Sprung von normal auf schwer ist schon ein gewaltiger. So, oh, 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 jetzt sind wir schon bei über einem Meter. Jetzt muss ich schließen. Und hier machen wir ganz auf. Okay, gut. Gut, gut, gut. Das Wichtigste ist, dass wir noch Energie produzieren. Aha, jetzt haben wir es. Also Leute, guck mal, jetzt kommt der wichtige Teil. Ähm, wir planen das 1, 2, 3, 4. Höchste Priorität. Dann diese Priorität. Niedere und niedrigste Priorität. Wir müssen uns jetzt hier ganz vorsichtig Stück für Stück ran arbeiten. Nicht, dass es auch noch irgendwie ein dummer Biber jetzt hier gefangen wird. Das wäre ärgerlich. Man kann die Schwierigkeit auch customisen. Ja, das stimmt, aber das habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt. Ja, jetzt läuft hier das Faulwasser durch. Und wir pumpen jetzt hier auch schon an mit zwei Leuten. Oh, wir haben über 106 Biber, die erwachsen sind. Ja, kein Wunder, wir haben jetzt auch noch deutlich mehr jetzt hier gemacht. An Wohnraum geschaffen. Wie geht's denen eigentlich? Einer ist verletzt. Wir brauchen noch mehr Dachterrassen. Dann sehen wir mal zu, dass wir nochmal eine machen. So, wunderbar. Eine weitere Dachterrassen. Hallöchen Destroyer. Guten Abend. Oh, ich kann jetzt das ja in die Sprengen. Dann holen wir uns einen weiteren Schlepperposten. So, das sieht alles gut aus. Dynamit haben wir leider nicht so viel, aber das wird auch alles direkt verbaut. Boah, ich frage mich, wie hoch der Wasserstand hier gerade eben ist. Der ist bei 94, 500. Also, es steigt. 97? 99? Ja, guck mal, jetzt wird es wieder grün. Mein Plan geht auf. Der Witz ist, die fangen von alleine wieder anzuwachsen, nachdem sie gestorben sind. Oder? Nee, nur teilweise. Sag mal, wie viele... Wie viele Biber haben eigentlich eine Verletzung? Und wenn... Und, 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 und... Wieso? Wieso haben wir so viele verletzte Biber? Ähm... Ich glaube, ich möchte jetzt etwas für ihre Gesundheit tun. Wir machen hier zwei Krankenhäuser hin. Das sind heftig viele verletzte Biber. Wie ist denn das passiert? Ich habe keine Ahnung. Hm... Ich mache mal auch nochmal... Nee, ich mache hier nochmal eins hin. Da passt nochmal eins hin. Genau. Und da nochmal eins hin. Dann können sich hier vier weitere Biber jetzt hier irgendwie medizinisch versorgen lassen. Acht verletzte Biber. Splitter? Ja, keine Ahnung. So oder so eine wilde Nummer. Alleine wegen der schieren Anzahl an verletzten Bibern. Ja, wie sieht es jetzt hier aus? 1,13 Meter. Das fällt aber rapide. Ah nee, da ist ein Wellengang drin. Da ist ein Wellengang. Okay. Sind nur noch sechs Biber verletzt. Ich denke, dass das jetzt hier sich einigermaßen einfängt. Okay, das hier hat geklappt. Das ist wunderbar. Dann planen wir das und das. Wie gesagt, das ist die höchste Priorität. Dann machen wir den Weg da weg. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Geringere Priorität, geringste Priorität. Sag mal, willst du... Warum macht der das? Warum? Der will mich trollen, oder? Ich... 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 Ich krieg zu viel. Oh Gott. Der macht dir erst das eine Ding hier zu. Oh Mann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Diese Biber, ey. Computer sagt nein. Genau, live sagt's. Okay. Aber das wird jetzt hier echt groß, wenn wir das jetzt hier übertragen. So, jetzt muss ich ja nochmal den Weg freiräumen. Gut. Und dann müssen wir jetzt hier irgendwie diesen Weg runterkriegen. Ach, die schöne Nachricht ist, dass ich das jetzt hier zugebaut habe. Aber das werden wir irgendwie schon hinbekommen. Irgendwie. Oder aber wir gehen noch weiter. Wir können auch noch weiter hier rüber gehen, wisst ihr. Oh Gott, wir sind voll. Äh, wir haben jetzt schon einen Arsch voll Biokraftstoff. Okay. Ähm, das ist krass. Das ist krass, das ist krass, das ist krass. Dann, ja, als erstes müssen wir das da oben noch voll fertig bauen. Ich denke, wir machen jetzt dann den Schritt dann hier um eines nach unten. Aber ein Schritt nach unten bedeutet, dass ich hier eine Dreier hier machen muss. Oder wir gehen hier eins runter. Das ist fast sinnvoller. Ja, das ist sinnvoller. So, ja. Wird so oder so knifflig. Der nächste. Und dann das da. Sind wir das schon fertig gebaut hier, krass, ey. Irgendwie fühlt sich gerade eben keiner mehr zuständig. Achso. Ich dachte, das wäre noch gar nicht gebaut. Die, ach jetzt, die, deswegen, die machen das gerade von unten wieder. Deswegen. Äh, wenn die das nicht rausgepatcht haben, wenn du einen anklickst, solltest du alle, die daran sind, ein, die dran sind, eingefärbt werden. Äh, wie meinst du das, alle, die dran sind? Du meinst, äh, mit, äh, der Priorität, oder? Okay, jetzt muss ich erstmal gucken. Da kommen wir gerade eben nicht hin. Aber das schaffen wir schon. Und dann machen wir jetzt hier eine Kurve nach. Ich glaube, wir gehen doch komplett darüber. Ganz im Ernst, wir gehen komplett darüber. Stück für Stück halt einfach runter. Ja, wir gehen Stück für Stück einfach runter. So. Dann kann ich hier auf der Ebene arbeiten. Was ist weiter oben? Die Verdunstung ist aber mittlerweile auch von, äh, der begrünten Fläche abhängig. Äh, ein, ein Feldbreiter graben dürfte tatsächlich schneller verdunsten. Ja, deswegen habe ich ja hier dieses Reservat angelegt. Damit das Wasser von hier dann zurückfließt. Das ist so der Plan dahinter, der, der Kecke welche. Aber es macht natürlich schon Sinn. Dass das hier natürlich jetzt hier alles, äh, von diesem kleinen Wassergraben hier begrünt wird, ist natürlich für diesen Wassergraben sehr, sehr anstrengend. Der muss das hier alles benetzen. Logischerweise. Okay, jetzt haben wir also diesen Biokraftstoff. Als nächstes würde ich jetzt mal... Ich sehe schon, dass ich drei verschiedene Roboter-Teile-Fabriken brauchen werde, ne? Oh Gott, sind die groß. Und die brauchen 150 PS. Die brauchen 150 PS. Jo, okay. Aber ich habe eine Idee. Wir könnten diese Roboter-Teile-Fabrik hier starten. Ah, Vollwasserflut ist beendet. Also gut. Ich brauche dann auch wieder Energie, die jetzt dann hier runtergebracht wird. Na, also ich möchte die Energie hier runter transportieren. Dann hier, hier und dann hier um die Ecke. Dann hier hoch. Und dann kann ich die erste Roboter-Teile-Fabrik hier an den Start bringen. Wir werden drei Stück davon brauchen. Hm, mal gucken. Dann brauchen wir das da noch so. Ich muss jetzt irgendwie nebeneinander kriegen. Willkommen zurück, Moin-Trawan. Habe ich noch ein Crow. Grüße. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt baut diese Roboter-Fabriken. Wir wollen Roboter sehen. Roboter-Teile. Also, ihr müsst es als allererstes Roboter-Gehäuse machen. Ja, wir sagen jetzt hier Roboter-Gehäuse. Und dann als nächstes machen wir diese Dinger hier. Dann kann ich nämlich die Energie direkt hier drüber übertragen. So, nochmal ein Roboter-Teile-Fabrik. Zack. Und ich würde echt gerne hier noch eine machen. Eins, zwei, drei. Ja, hier muss ich so bauen. Und dann so. Und so. Und so. Und den Weg hier noch verlängern. Und dann haben wir hier eine weitere Roboter-Teile-Fabrik. Die dritte. So, dieses Ding hier macht dann Roboter-Glied-Maßen. Und das hier macht dann Roboter-Köpfe. Ja, aber ich will es jetzt trotzdem mal durchziehen. Life sucks. Also, ich habe das hier als allererstes gespielt. Im Stream damals. Bevor ich das YouTube-Let's Play angefangen habe. Und ich möchte es einmal durchgespielt haben. Also durchgespielt im Sinne von im Endgame angekommen zu sein. Und das werden wir es demnächst schaffen. Wohngebäude können Energie leiten. Ah. Okay, das ist gut. Aber das Problem ist, die Wohngebäude sind nicht durchgängig erreichbar. Ich habe ja immer einen Weg dazwischen. In irgendeiner Form. Aber danke nochmal für den Hinweis. Jetzt weiß ich auch, was ihr gemeint habt. Ähm, okay. Aber ich... Okay, hier könnte man es durchbekommen. Hier könnte man es durchbekommen. Dann könnte man die Energie hier irgendwie rüberbringen. Aber das Problem ist, hier kann man halt nicht drüber bauen. Also, ich kann halt nicht über die Pflanzen bauen. Ich muss so oder so um die Pflanzen rum. Naja, alles zu seiner Zeit, ne? Okay, wir gehen dann hier auch noch... Jetzt sollen sie erstmal da oben die Roboter-Teile-Fabrik bauen. Na, so sehe ich das. Erstmal die Roboter-Teile-Fabrik bauen, dann sehen wir weiter. Wenn das geschafft ist, dann machen wir mit dieser langen Energieübertragung da hinten hin noch weiter. Aber guck mal, das Ding ist jetzt auch schon langsam aber sicher ordentlich voll hier. So, wo wir gerade eben dabei sind... Ach Gott, hier kommt ja immer noch Schmutzwasser runter. Man sieht richtig den Qualitätsunterschied. Alle Verbundenen werden eingefärbt. Ach, die sind verbunden hier, ne? Und die sind verbunden. Okay, das ist eine gute Info. Das heißt also... Ja, aber hier ist auch dasselbe Problem. Also ich denke, der beste Weg wäre es dann hier irgendwie durchzumachen. Aber dann muss ich... Ah, nee, dann kriege ich die Energie da lang weiterleiten. IC-Potential der... Ja, wisst ihr was? Ich hätte mir das alles sparen können hier. Das hätte ich mir alles sparen können. Ja, das hätte ich mir sparen können. Also gut, wir planen schon mal, damit wir da oben... Ne, wir brauchen das gar nicht so hoch. Genau, hier, dass wir... Das wird dann hier der Energiepfad werden. Jetzt ist bloß die Frage, bringen wir es von rechts oder von links? Ich würde sagen, wir bringen es hier von rechts rüber. Nein, das wollte ich nicht. Äh, nein! Ich und Perspektive. Wir werden niemals Freunde werden. So, dann... Also irgendwie werden wir es hier so rum friemeln. Das heißt also, wir brauchen das hier nicht, wir brauchen das hier nicht. Das kann alles eingesammelt werden. In absehbarer Zeit. So, befreit den Fluss. Ja, ihr habt recht. Wir befreien den Fluss. Gut. Zack. Ich nehme euch auch wieder auf die Hälfte auf. Oh, Moment. Hui, haben sie schon einiges jetzt hingebracht. Das machen wir alles auf einen Schlag nachher. Ähm. Auf zweieinhalb jetzt hier. So. Sehr, sehr cool so. Wir beobachten das. So, was macht ihr? Ah, die haben das jetzt hier eingesammelt. Das ist gut. Dann guck mal, dass ihr das jetzt hier noch einsammelt. Also, ich kann tatsächlich die Mats gerade eben sogar gebrauchen. Also, die holen das alles jetzt hier wieder ab. Sind gar nicht mehr komplett voll mit Brettern. Und dergleichen. Und die müssten sogar von da oben aus noch rankommen. So, das weg. 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 Ich glaube, wir müssen maximal bis hier. Und dann können wir hier uns schon runterarbeiten. Bis später live, sag's. Dann können wir uns runterarbeiten. Theoretisch würde es wahrscheinlich sogar schon hier gehen. Ja, easy. Also, hier ist halt die Treppe, ne? Früher können wir es nicht. Aber ab da können wir uns theoretisch irgendwie nach unten arbeiten. Oh, das ist auch schon alles geholt. Gut. Holt mal die Materialien wieder ab, Freunde. Okay, die Roboterfabriken sind da. Bretter, Metall und Roboterköpfe und so ein Kram. Die sollen jetzt erstmal so viel bauen, dass sie alles haben dafür. Also, dass sie alle drei voll sind. Um genau drei Roboter herzustellen, so wie es aussieht. Genau, erst Ärger mit dem Aufbau und der Sektor mit. Das trifft es. Was ist mit dem da? Ja, der kann jetzt wieder nicht geholt werden, oder? Ganz im Ernst, irgendwann ist es mir auch mal egal. Wenn ich das hier gleich weg mache, fällt es eh runter. Ihr seht, was ich meine. So, jetzt können Sie es alles einsammeln. Schnell. Jetzt werde ich gleich irgendwie noch die Energie hier noch rüberkriegen müssen für die andere Fabrik. Wie viel Energie ist eigentlich jetzt hier benötigt? 1470 PS nur. Easy. Kann man eigentlich da oben bauen auf den Dingern? Ich glaube ja, oder? Was fehlt ihm eigentlich noch? Der Arbeiter ist einfach nicht da. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier die Kurve. So. Und dann müssen wir hier runter. So. So. 1, 2, 3, 4. Okay, warte mal. Dann können wir es vielleicht sogar komplett anders noch lösen. Wir können es komplett anders lösen. So. Oder wir gehen hier so runter. Ja, ich brauche auf jeden Fall jetzt hier erstmal einen Weg außen rum. Ich muss um die Ecke kommen hier. So. Aber eigentlich kann ich es auch in diese... Ne, wir gehen in diese Richtung. Und dann... Und dann... Gehen wir hier wieder runter. Eieieiei. Beziehungsweise, das muss ich jetzt eigentlich von unten her schon fast planen. Ich muss das von unten her planen. Ja, ich muss das von unten her planen. So. Nochmal eins hoch. Dann hier ums Eckle rum. Und... Dann hier eins runter wieder. Dann muss ich bis hier. Ich mach's mal wieder bestimmt unnötig kompliziert. So wie ich mich kenne. Ich bin wieder doof. Ich brauche auf jeden Fall diese Pfade hier. Ich brauche sie auf alle Fälle. Ähm... Oh Gott. So, zack, zack. Dann geht das hier runter. Das noch dahin. Und jetzt muss ich's irgendwie so... Um die Kurve rumkriegen. Äh... Mal überlegen, mal überlegen, mal überlegen. Also ich muss hier auf jeden Fall noch mal eins hoch. Go up here. Dann... Hier und jetzt brauche ich hier nochmal eins um dann... Nee, Quatsch. Ich hätte das früher schon machen können. Okay, ich verstehe. Ich hoffe, dass ich verstehe. So. Jetzt hier. Dann... Dann... Genau so. Dann müssen wir hier nochmal einen Zweier setzen. Nochmal einmal hier rum. Dann gehen wir wieder eins runter. Dann brauche ich noch mal so ein Teil hier. Um um die Ecke rumzukommen. Und jetzt kommt endlich der einfache Teil. Bitte klick auch das, was ich klicken will, liebes Spiel. Dann machen wir hier nochmal so ein Teil hin. Hier nochmal so ein Teil hin. Und hier so ein Teil hin. Huioiuiuiui. Genau, das wird eine Hype City wie ein Bormo 40.000, wenn ich hier fertig bin. jetzt hast du meinen plan erfasst so leute dann baut mal die von unten anzubauen aber das ist auch in ordnung das wasser hier läuft jetzt ohne probleme manchmal fließt raus manchmal fließt nicht raus vor der hat es drei teile der hat fast alle teile der hat einen teil dann sag ich jetzt schon mal roboterfabrik das ding wird teuer wie viel energie braucht das ding 250 ps da müssen wir die energie auch rüberbringen aber ich ahne dass das gar nicht geht von hier aus ich ahne dass ich die energie von darüber fahren muss ich kann theoretisch den motor noch ausbauen aber noch sehe ich keinen grund dafür also es ist aus meiner sicht eigentlich noch alles in ordnung mit dem motor zack 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 und er hat gerade mal wieder gespeichert sondern habe ich energie ziemlich noch hier rüber gebracht ich kann das gebäude anzapfen ja ja schon klar aber ich glaube nicht hier an dieser ecke weil ich traue dem frieden halt nicht weil ich glaube immer dass es die energie sich mittig überträgt und ich glaube hier geht das nicht ist aber nur ein glaube weil bei anderen gebäuden kann man es an diesen ecken nicht deswegen gehe ich davon aus dass es ja auch nicht geht so ja wie schön da kommt man es wieder nicht hin ich muss also auch hier wieder eine konstruktion errichten die es mir erlaubt das alles zu bauen wie mir scheint das macht mein leben nicht leichter so jetzt hoffe ich mal dass sie das jetzt hier hinbekommen und dass ich hier nicht die verrücktesten sachen machen muss ah jetzt guck mal von unten da kam sie ran keep going keep going team da kommen sie verrückter weise auch noch ran da kommen sie verrückter weise wiederum nicht mehr ran ja weil es einfach gerade so nicht reicht gerade so nicht und da auch nicht und da auch nicht ja lassen wir uns jetzt erstmal den ganzen klappradage bauen ich habe schon zwei roboterköpfe okay die bauen die roboterköpfe wirklich langsam die sind hier vollständig hier fehlt noch ein bisschen was ich habe übrigens noch gar keine brücken jemals gemacht ne wüsste aber auch nicht wofür klar ich könnte jetzt hier brücken darüber bauen absehbare zeit um das ist sau weit weg da brauche ich auf jeden fall einen neuen distrikt gleich gütermengen zwischen distrikten aus jede seite der knoten hat eigene arbeiter die dafür sorgen dass sie ja also da müssen wir drüben halt so eine kolonie machen eine kolonie aber da müssen wir roboter rüber schicken das beste wäre da drüben dann roboter hinzuschicken oder so sehe ich das zumindest oh wir haben übrigens schon 29 nice und das wasser scheint nicht mehr so voll zu reichen ich mache nochmal eine große wasserpumpe an diese stelle jetzt hier hin zack 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 und dann planen wir das nächste hier auch noch so hin ich wünsche ich könnte das wasser noch mehr steuern was ich einlagern kann ist aber leider nicht so einfach guck mal die haben jetzt hier alles schon gebaut das ist krass das ist echt krass da kommen sie auch nicht ran sondern wollte mich veräppeln das ist hier gerade sehr unangenehm so jetzt bauen sie erstmal den kollegen hier fertig ach guck mal die bauen zwei roboter im grunde direkt nacheinander ich bin sehr gespannt so bringt mal den kram jetzt hier ran aha ich freue mich so sehr auf die roboter ey ich möchte die roboter sehen das gute ist glaube ich dass roboter rund um die Uhr arbeiten oder bis die robo revolution beginnt genau dann freuen wir uns nicht mehr dann hat der spaß ein loch das kennen wir ja dann wird gequengelt wir haben auch schon eine menge faul war es jetzt eingelagert so zip jetzt nur noch den da ich fasse es nicht ohne witz meine güte könnt ihr ein einziges mal nur ein einziges mal mitdenken also sage ich fast schon eher zu mir selbst so maximale prio da rein sie können das nicht natürlich nicht so dann bau es mal auf dann kann man den jetzt hier wieder starten tja baut ihn mal fertig wobei ich glaube inzwischen würden sie ne sie kommen über die übers Eck nicht dran wenn der hier dran ist ne weil hier dieses gebäude im weg ist können sie über Eck nicht dran arbeiten so ich habe gerade mal den Streamtitel aktualisiert Robo Bieber klingt irgendwie cooler da kommt schon die gerade antriebswelle soll fertiggestellt werden dann kann ich nämlich nochmal eine machen und dann haben wir die Energie die wir brauchen aha jetzt ist das hier erledigt das hier kann weg das hier kann weg das hier kann weg und jetzt müssen wir irgendwie hier noch ran ja das wird ein spaß das müsste eigentlich gehen wenn ich es von der Seite ausmache Moment kriegt das irgendwie da noch rein okay dann okay sie bauen sie bauen sie bauen das ist in Ordnung gut jetzt muss ich da noch irgendwie bloß wieder rankommen wie gut dass ich es gerade eben wieder kaputt gemacht habe aber warte mal von da aus kommen sie jetzt ran sie können von da aus dahin laufen seht ihr was ich meine es klappt jetzt muss ich bloß noch hier den Weg runter machen und dann dürfte das passen wir machen hier die allerhöchste Priorität hin das hier wird pausiert das soll noch gar nicht gemacht werden den hier brauchen wir gar nicht den haben wir nie gebraucht so gleich haben wir die Energie unten in den Häusern da kommt man immer noch nicht ran wollte ich mich trollen okay ich muss das hier noch gerade nochmal weg machen jetzt kommt man ran äh dann muss ich hier das hier pausieren und das ist ja die höchste Priorität zu kommen lassen ei 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 schwieriger als man meint na abends horizon bei 45 prozent sind es jetzt hier also hier werden jetzt schon die ersten bieber bots gemacht die bieber botter währenddessen wir die energie jetzt ja demnächst übertragen werden b 800 statt t 800 oder so der bieber nato 800 wird jetzt hier gebaut guck mal die fräsen den schön zurecht na dauert echt lange die zu produzieren okay dann können wir das jetzt hier noch aktivieren ich freue mich sobald sie die energie endlich da unten sehe so und jetzt noch einmal energie übertragen ist ein baby mit dem namen doktor frankenstein der gag ist denn wir haben schon einen doktor frankenstein aber ich mache ihn gerne nochmal es kann auch sein dass er vielleicht sogar schon gestorben ist also dr frankenstein wobei dr bieberstein auch passen würde hier oder frankenbiber wird auch eine menge energie gerade eben übertragen ey da wird ein schwindelig okay also die energie wird jetzt hier in diese gebäude übertragen jetzt müssen wir einen weg finden diese energie von da hier rüber zu bringen das machen wir jetzt so also als allererstes hier wieder eine kurve und dann hier hin ähm de facto muss ich hier gar nicht hoch ich kann es hier komplett rumfahren lassen ähm hier wollte ich eigentlich ich könnte wirklich einfach dann jetzt hier das hier nutzen also der hier soll auf jeden fall nicht mehr nachgepflanzt werden Moment wo ist er denn pflanzt den nicht mehr nach und dann haben wir es eigentlich im Grunde schon dann war es gar nicht so schwer wie er es gedacht so ob die anderen häuser energie haben die haben keine energie wieso fragst du wieso fragst du wieso fragst du wieso fragst du lb meint äh biological weapon bieberwaffe genau oh wir haben den ersten wo ist er wo wo haben wir den ersten Robobieber da ist er der Holzroboter 1 da läuft er rum ah ihr seht der braucht sowas wie Katalysator und Lochkarten der braucht Katalysatoren und Lochkarten und was bringt ihm das dann der bekommt einfach nochmal plus 1 auf seinen Zustand auf seine Bewegungsgeschwindigkeit und auf seine Arbeitsgeschwindigkeit alleine für plus einen Punkt ok das ist krass was muss ich machen um Katalysatoren herzustellen wo bekomme ich Katalysatoren her die Raffinerie kann auch Katalysatoren herstellen ich hab verstanden ich sag jetzt mal du machst jetzt mal hier Katalysatoren fürs erste Aronsirup und Extrakt das wäre der nächste Schritt der fantastisch wäre wisst ihr was ich glaube es lohnt sich gar nicht zu warten diese Pflanze hier soll jetzt abgebaut werden mit maximaler Priorität die Lochkarten weiß ich ehrlich gesagt gar nicht wie man die herstellt wahrscheinlich brauche ich dafür irgendwas mit Papier ich nehme an dass es irgendwas mit Papier sein wird ich habe übrigens immer noch nichts genügend abgerissen damit ich irgendwann mal jetzt hier Mehl herstellen könnte mhm ich find's voll cool dass wir die ersten Holzbote haben wir brauchen aber noch viel mehr von denen warte mal wie schnell baut ihr eigentlich sowas hier ihr scheint viel schneller zu sein als diese Kollegen hier viel schneller also machen wir nochmal eine Roboterfabrik hier hin mal zwei bekomme doppelt so viele Holzboter oh warte mal das hier muss kurz mal weg dann machen wir so ein Dreiecksteil dahin und dann machen wir das dahin und das dahin hier würde maximale Priorität das können sie auch von unten erreichen der Gag ist dann treibt das hier halt auch noch da oben die Batterie noch mit an was ich eigentlich ganz gut finde von der Gesamtsituation welcher denn welcher namens nun ah Viktor van Boom Frank für die für die Maschine für den Roboter wolltest du den benennen Viktor van Boom alles klar dann ist da ein Roboter der erste Roboter Viktor van Boom sehr schön aha jetzt haben sie das hier geschaffen und das nächste machen wir das und das und dann kommt die gesamte Energie an und dann wird das Ding ja pumpen wie blöde Knarze das endlose geknarrt sie hier so was fehlt noch jetzt müssen sie nur noch das hier machen ein einziges Holzstück fehlt noch zack und jetzt läuft er ja mit 100% Leistung ach guck mal wir sind aber die Energieversorgung ist ein bisschen unter dem Niveau von denen wir gerade eben ja jetzt verlieren wir gerade mit Energie weil wir keine Windenergie gerade eben am Laufen haben genau weil Wind fehlt aber das gleicht sich mit der Zeit glaube ich auch wieder aus warte mal darf ich diese Bäume eigentlich fällen eigentlich sollten die gefällt werden meine Güte fällt diese Bäume endlich okay also wir haben es geschafft die Energie wird hier fröhlich durch die Wohnhäuser übertragen der hatte halt mal ein Fenster jetzt hat er halt stattdessen ein Zahnrad ein Frankenbiber oder Frankenbiber was ist der Wunsch lieber Valtano soll ich es genauso schreiben wie du es da gemacht hast weil dann heißt es Frankenbiber okay das ist der Frankenbiber der zweite Botter ist da oh guck mal die haben jetzt schon plus 1 boah wenn ich jetzt noch die Lochkarten her bekäme das wäre der Oberhammer den Häusern selber bringt das glaube ich keinen Bonus nö die Häuser selber übertragen die Energie wohl nur bringt aber keinen weiteren Bonus mit sich weil dann müssten wir jetzt also wir machen jetzt hier mit zwei Produktionsstätten jetzt hier die Roboterbiber mhm 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 jetzt müssen wir irgendwann mal da rüber kommen das das wird der Spaß ey ich sag's euch da rüber zu kommen ich würde fast sagen wir müssen mit den Bibern hier rüber also mit den Roboterbibern ok ok wir setzen jetzt hier mal diese Pfade so und dann möchte ich irgendwie hier rüber das wird ein langer Weg das wird ein sehr langer Weg ich mach mal das hier eine was ist wenn ich jetzt hier die lange Hängebrücke freischalte das hilft mir halt einfach überhaupt nichts weil der Weg zu weit ist das ist viel zu weit ne wir gehen erstmal den normalen Weg da runter ne andere Idee hab ich grad einfach nicht und dann muss ich irgendwann mal hier so einen Übergang schaffen aber erstmal muss ich den Weg überhaupt hier rüber bauen ja ja ich muss eine zweite Siedlung gründen das ist richtig aber ich hab davor dann die Roboterbiber darüber zu packen wer jetzt so die die Roboter sind sehr arbeitslos stelle ich grad fest wisst ihr was wir machen das jetzt hier hin ach shit das ist ja größer als gedacht das ist sogar einig um einiges größer als gedacht dann machen wir das so ja 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 und dann kann ich hier oh ich kann hier freischalten dass hier Roboterbiber rüber gehen dürfen so ich will dass hier dann nur noch Roboterbiber rüber kommen genau weil wie gesagt ich will da drüben niemanden so richtig ernähren müssen ich muss dann bloß das Extraktgedöns rüberkarren und ich glaube das kriegen wir irgendwie hin aber die ganzen Nahrungsmittel dann hier zu den Arbeitern rüber zu bringen halte ich dann für Quatsch so wie weit seid ihr hier ja demnächst haben wir nochmal zwei okay das hier könnte noch eine Herausforderung werden damit das hier nicht überschwemmt ja wir machen mal hier so ein Teil dann da noch hin das könnte nämlich ansonsten ätzend sein ach ja ich erinnere mich wir hatten das jetzt hier noch vor hier wollten wir nochmal was sprengen mit maximaler Priorität bitte und dann kann ich diese Wege hier noch weg machen und ich definiere dass ich hier noch äh das hier haben will und dann brauche ich meine Dürre ist bevorstehen war ja klar aber sie steht jetzt bevor wir haben sie noch nicht 13.000 ey wir können jetzt das größte den Brunnen der Freude können wir jetzt machen könnten wir den schon bauen ne wir könnten noch nicht bauen uns fehlt dafür das Material da sind wir noch nicht ganz soweit jetzt aber schon drei Bibelchen äh Big Biao möglicherweise ja ich war also ich weiß nicht was ich heute in einer Woche zocke ich schaue mir das erstmal an ich weiß aber was wir am Sonntag zocken wir zocken am Sonntag auf jeden Fall erstmal Warhammer 3 und danach spielen wir Homeworld 3 ja ja und äh Samstag werden wir auch zocken und äh Montag auch aber ich weiß nicht was am Samstag und was am Sonntag äh Montag welche Blöcke werden eine Möglichkeit so es bringt mal hier genau die letzten Bretter habe ich doch genug warum bringen die die Bretter nicht und sei dass der Weg zu weit ist ah ne jetzt sind die Bretter endlich da so jetzt kann ich im Grunde schon sagen dass hier vier von den Arbeitern hier rüber gehen können von den Robotern vier von den Robotern können da rüber und dann muss ich hier irgendwie noch einen Kraftstoff jetzt Tank schaffen ich bin gespannt wie die das machen also wie die das jetzt hier her bringen ah das haben sie schon mal die Treppe hier geschaffen ok gut 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 ah und der ist jetzt auch hier kann ich jetzt noch mal ein Distriktzentrum bauen ah jetzt muss ich hier ein Distriktzentrum errichten ok 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 ich sehe was ich von Fehler gemacht habe ich hätte das anders machen müssen ich lerne dazu das funktioniert halt anders als früher ne so genau zack 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 ok ok ich stopp das hier mal gerade eben das das muss leider nochmal weg oder ach doch sie laufen da durch sie machen das ja doch ok dann habe ich gar kein Problem dann habe ich kein Problem dann habe ich kein Problem dann habe ich hier kein Problem freunde Nur nicht unendlich weit. Aber wie kriege ich jetzt die auf die andere Seite? Wie kriege ich die jetzt da rüber? Wir werden es sehen. Ah, Migration. Ah, Verteilung verwalten. Okay. Importierte Güter. Und hier kann die Bevölkerung migrieren. Okay. Ja, jetzt verschläge ich es. Aber erst warte ich, bis das hier gemacht ist. Erst muss hier der Pfad gesetzt sein. Dann können wir rüber migrieren. Guten Abend, Hut. Grüß dich. Jetzt haben wir aber auch gleich so eine Dürre. Ich muss mich um diese Dürre kümmern. Wir machen also jetzt hier am letzten Tag erstmal wieder zu. Und füllen jetzt hier erstmal unsere Wasserbestände auf. Ich schaue es jetzt hier unten aus inzwischen. Boah, guck mal, wie das Wasser absackt. Das ist heftig. Das ist heftig. Das war heftig. Okay. Das Problem ist, jetzt kommen sie halt hier nicht mehr ran. Ich habe mögliche... Ah, ne doch, sie kommen hier vielleicht noch. Ne, sie kommen hier nicht mehr ran. Ich bin so schlau, Mann. Nicht mal. Verdammte Axt. Äh, okay. Dann sprengen wir halt einfach... Das jetzt hier noch weg. Dann kommen die von der Seite aus noch hier rüber. Dann wäre das jetzt hier mein Notfallplan. Aber momentan ist das noch nicht so dramatisch. Ah, jetzt endlich. Meine Fresse. Das hat gedauert hier. Ah, also zack, zack, zack. Sprengung hier auch nochmal. Zack, zack. Jetzt, wo das hier gemacht ist, können wir uns endlich die Getreidemühle hier erlauben. Boah, ich würde sie sogar fast gerne da oben hin bauen. Wie bekomme ich dich da hoch? So. So. Und so. Genau, so bekomme ich dich da hoch. Und später können wir hier oben auch noch irgendwas hinbauen. Brauche ich Strom. Das ist kein Problem. Das kriegen wir von hier aus hoch. Den Strom kriegen wir von hier aus hoch. Ja. Dann brauche ich hier nur wieder ein Übersetzungsteil hier. Moment, wo haben wir es? So eine T-Kreuzung. Genau. Dann gehen wir hier hin, hier hin, hier hoch. Zack, zack, zack. Also wie gesagt, erstmal, nee, das hier noch nicht. Erstmal müssen sie das da oben alles machen. Und dann können wir das Ding setzen. Früher haben wir übrigens auch Lagerhäuser bei den Volkets Energie geleitet. War super, aber auch so riesige Fabriken jetzt zu bauen, die sich selbst mit Energie versorgen. Leider geht das nicht mehr. Naja, das war wahrscheinlich zu einfach. Ich befürchte, das war wahrscheinlich zu einfach. Kommt man hier noch ran? Okay, das ist jetzt endgültig soweit. Shit. Verdammt, das ist soweit. Wir müssen das komplett überarbeiten hier. Wir müssen das komplett überarbeiten. Ich denke, das Beste wäre, wenn wir das in den neuen Distrikt dann irgendwo hier hinsetzen. Irgendwie werden wir das ja wohl hinkriegen. Okay. Dann machen wir das ja auch nochmal weg. Dann mache ich hier die Distriktgrenze hin. Ja. Also so hin. Und dann so hier runter. Und dann haben wir hier unseren neuen Distrikt. Und gehen dann hier so rüber. Und dann können die da drüben arbeiten. Hallo, Le Hans. Guten Abend. Okay. Das Ding ist ja begonnen. Hier fließt saumäßig Wasser rein. Wir schließen. Ja, jetzt müssen wir die Wassermenge beobachten. Okay. Und jetzt muss ich hier irgendwie runterkommen. Damit habe ich mir jetzt keinen Gefallen getan. Ich sage es euch. Na. Jetzt komm schon. Lass dich planten. Na also. Und dann planten wir den daneben. Und dann haben wir jetzt wieder den Zugang. Was ist mit meinem Deich? Das ist schon in Ordnung, was da gerade passiert. Also das ist jetzt hier zu. Wir haben jetzt schon sechs Roboter. Die Treppe vom Deich bauen. Das hier meinst du? Das machen wir nachher noch. Weil sie glaube ich so weit laufen können. Die Laufgeschwindigkeit spielt halt auch ein bisschen eine Rolle. Warte mal. Was ich aber auch machen könnte, Leute. Ist jetzt hier zum Beispiel zu sagen, dass jetzt hier Roboter rein dürfen. Und auf einmal sind die nämlich jetzt hier am Werkeln. Guckt euch das mal an. Japp, 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 japp. Wo können die denn überall arbeiten? Boah, die können an sauvielen Orten arbeiten. Das finde ich cool. Okay, jetzt haben wir keine Arbeitslosen mehr. Ach, guck mal. Man sieht sogar, dass es halt auch ein anderes Licht bekommt. Wenn ein Roboter hier drin ist und arbeitet, dann ist er, dann ist das Gebäude am Leuchten. Okay, das ist nice. Es sind schon wieder so viele Biber verletzt. Wir haben 10 verletzte Biber. Wie machen die das? Dass sie sich ständig verletzen. Das ist ja seltsam. Okay, ich behaupte jetzt mal, dass wir das hier schließen können. Okay. Wie auch immer das passiert ist. Ich dachte, ich habe eine Dürre. So schlimm scheint diese Dürre nicht zu sein. Ich muss hier kurz mal wirklich ein bisschen Wasser ablassen, sonst geht hier nichts mehr. So ärgerlich das auch ist. Sag mal, wie viel Wasser kommt denn da noch? Okay, also wie gesagt, wir gucken jetzt, dass wir das hier mit Ablassen von Wasser in den Griff bekommen. Demnächst dürfte das ja aufhören. Ich habe einige Krankenbetten, definitiv. Aber sie scheinen nicht vollständig zu reichen. So, zu. Also, das ist das Verrückte. Ich glaube, ich habe vier oder fünf, vielleicht sogar sechs Betten. Aber sie reichen nicht. Hier sind zwei, hier ist einer. Hier ist ein Krankenbett. Ich meine, dass ich irgendwo wahrscheinlich noch versteckt welche habe. Ich weiß auch gar nicht, warum die sich verletzt haben, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen grotesk. So, jetzt bauen sie das jetzt hier endlich fertig. Und dann kann ich hier rüber migrieren. Dann kann ich sie rüber migrieren, Leute. Ah, nee, hier sollen die arbeiten. Und die Biberbots sollen dann hier arbeiten. Also, jetzt ist das Gebäude hier theoretisch fertig. Jetzt ist es fertig. Eigentlich sollen hier auch Bots arbeiten. Wenn es dann soweit ist. Und jetzt muss ich halt gucken, dass sie das jetzt hier alles noch bauen. Aber das können sie alles noch bauen. So, wie es aussieht. So, wie es aussieht, können sie das noch bauen. Die Zwischenschleuse ist nicht so schlimm. Die brauche ich eigentlich nur so eine Art Faulwasser-Notfallprotokoll, wenn ihr so wollt. Aber wir haben jetzt schon sieben Bots. Demnächst kommt wahrscheinlich der Achte. Ja, der Achte ist gerade eben fertig. Zack, da ist er. Und wuselt schon auf und davon. Was wir jetzt auch noch brauchen, Leute, ist Papier. Wir haben noch keine Druckerpresse. Da können wir dann auch Lochkarten herstellen. Das Ring braucht auch ein bisschen... Ah, wie geil. Ah, wie geil. Tada. Wie bestellt. 30 Metallblöcke. Das ist die Menge an Metallblöcken, die wir gerade noch so haben. Dann werden unsere Biberchen, also unsere Biberbotte, auch noch Lochkarten haben. Ja, also... Ich gebe denen dann hier die Lochkarten. Bücher gebe ich ihnen erst später. Also, das ist jetzt eine echte Herausforderung mit diesen neuen Distrikten. Da weiß ich noch nicht so recht, wie ich damit klarkommen soll. Moment, ich will nur überlegen, ob ich mir einen Weg hier noch rüber baue. Einfach, weil es schneller wäre. Ja, genau so. Wupp, wupp. Wupp, wupp. So, und so. Es wäre schneller. Aber es wäre auch bescheuert. Oh nein, das ist ja bescheuert. Dann habe ich ja gar kein Distrikt mehr. Ich habe mir gerade eben selber ein Ei gelegt, ey. Moment. Wir kriegen das aber hin. Genau. Dann gehen wir hier noch hin. So, 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 so. Also, ich hoffe, dass es halt ein bisschen weniger ist, ne? Wie weit ist der Pfad jetzt hier? Man sieht es hier leider gerade eben nicht. Dann können wir hier diesen Pfad noch anschließen. Ach so. Jetzt ist hier sowieso alles grün. Okidoki. Jetzt kommen sie auch an alles hier ran. Die Lochkartenfabrik. Da fehlen jetzt halt noch Zahnräder. Der Witz ist, guck mal, man kann auch die Roboter da drin. Aber kann ich Roboter einstellen und dass die Roboter herstellen? Ja, das kann man. Das ist der Moment, wo es wild wurde. Sobald ich zwei Roboter übrig habe, stelle ich zwei Roboter ab, dass die Roboter herstellen. Noch habe ich das nicht, aber das ist das, was als nächstes drankommt. Ah, und hier unten machen sie jetzt gerade noch mit dem Dynamit. Die wollen jetzt unbedingt das Dynamit jetzt hier zünden. Ja, lassen wir es mal machen. So noch aufgebaut werden. So, wie viel fehlt jetzt hier noch? Die haben hier gar nichts gemacht. Ich will nur überlegen. Komm, wir machen jetzt hier die Lochkartenfabrik zuerst. Das Problem ist, äh, wobei Papier haben wir eigentlich genug. Wir haben eine Papierfabrik. Ich hoffe, dass diese eine Papierfabrik reicht. Welcher Sprit. Der Biokraftstoff, davon haben wir noch genug. Die verbrauchen gar nicht so viel. Also ich werde noch einen zweiten errichten. Keine Sorge. So einen zweiten Biokraftstoffproduzenten. Aber bis jetzt verbrauchen wir da nicht so viel von. Moment. Das hat links seinen Teil da. Also wir machen noch mal einen Biokraftstoffgedönsel hier hin. Dann machen wir jetzt hier mal die Prio schön nach oben. Damit die das jetzt hier mal abbauen. Und. Wo war's denn? Raffinerie. So. Dann habe ich beides. Das Ziel in dem Spiel natürlich in Hobbypole. Wir machen gerade eben Roboter. Also im Grunde maximale Dekadenz ist der Plan. Wir wollen, dass unsere kleinen Biberlein am Ende nicht mehr arbeiten müssen. Das wäre jetzt hier ab aktuell so mein Wunsch. Mal gucken, ob's hinhaut. Kann der eigentlich bis da unten pflanzen? Ja, der kann bis da unten pflanzen. Also, dann machen wir jetzt hier mal. Nicht Löwenzahn? Blaubeere, Birke? Blaubeere. Woher brauchen wir eigentlich Löwenzahn? Was ist nochmal Löwenzahn? Löwenzähne. Ach, das kann man auch essen? Okay. Das wusste ich nicht. Das wusste ich tatsächlich gerade eben nicht mehr. So, die Lochkartenfabrik braucht noch ein paar Zahnräder. Oh, wir haben keine Zahnräder. Warum haben wir keine Zahnräder? Hä? Aber wir haben doch Bretter. Warum haben wir keine Zahnräder? Ja, es werden einige Zahnräder hier verbraten, die ich gerade eben sehe. Okay. Und dann dauert es noch ein bisschen länger. Hi, Anni Imperium. Nein, die geht nicht zugrunde. Meine Güte. Es geht zugrunde. Vielleicht ja die Schwarzmaler alle. Die wird einfach nur ein bisschen jetzt umgebaut. Was im Grunde bräuchte ich dann einfach nochmal eine weitere Zahnradfabrik im Notfall. Mit Betonung auf im Notfall. Jetzt haben wir schon 10 Botterchen. Aber noch keinen arbeitslosen Botter. 5%. Jetzt sind wir schon bei 11. 48%. Also sie kommen langsam auch hier rein. Ganz langsam. Aha, und hier kommen sie auch voran. Wenn wir Glück haben... Oh, da sehen wir schon die Leuchte des Lichtlein. Da ist schon mal einer der Holzroboter am Start. Ja, fehlt nicht mehr viel. Im Grunde müssen sie die Dinger nur noch hochziehen. Und dann haben wir eine weitere... einen weiteren Distrikt. Wo ich dann die Botter hinschicken kann. Dann muss ich nachher bloß nochmal gucken. Holen die sich ihre Nahrungsmittel auch... oder ihre Mittel auch hier? Verteilung verwalten. Das sind Schieberegler, ne? Okay. Das sind Schieberegler. Wo hat's... das da? 50% zum Export hier schicken. Für den Biokraftstoff. Guten Abend, Pauli. Willkommen. Dann... Katalysatoren. 50% für den Export. Lochkarten. 50% für den Export. Das wäre jetzt hier mal so der Anfang. Okay, die Dürre ist vorbei. Es hat sich ausgedürrt. Jetzt bekommen wir auch wieder ein bisschen Energie. Guck mal, dieses Mal ist hier die Energie kaum verbraucht worden. Nice. Mehr Zahnräder, bitte. Ich brauche dringend da drüben dieses Eisen, ey. Ich sag's euch. Ach, das ist jetzt endlich fertig, ne? Also, dann könnte ich jetzt ein neues Distrikt-Gedöns hier bauen. Äh... So hin. Und dann... ...dahin, dahin. Und jetzt kommen wir hier mit der Treppe wieder runter. Jetzt stimmt wieder alles. Und jetzt kann ich ja sagen, hier kommen nur Botter hin. Und ich migriere jetzt einfach... ...vier von meinen Bottern hier rüber. Naja, bis jetzt habe ich irgendwie nicht genügend, um hier rüber zu migrieren. Ach nee, warte mal. Oh Gott. Eins, zwei, drei, vier. Wie geht das? Falsche Richtung. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Dankeschön. Ja, da oben, Distrikt 1. Okay. Jetzt migrieren sie hier rüber. Jetzt hoffe ich bloß, dass sie die Matz hier auch noch abholen. Moment, sprengen. Weg verkürzt. Aber noch sehe ich die Botter nicht. Noch sehe ich hier keine Botter. Ich bin um überlegen. Moment. Wir müssen auch noch jetzt hier dann ein Lager setzen. Für die Botter. Wo ich den Biotreibstoff einlagere. Hier Biokraftstoff. Dann möchte ich noch ein kleines Lager setzen. Wo wir die Lochkarten reinnehmen. Und wo wir... Wo ist es denn? Ich finde es gerade nicht. Der Katalysator, der Katalysator, der Katalysator, der Katalysator. Oder muss der mit sowas hier gelagert werden? Nee, das wird nicht in sowas gelagert. Wo ist der Katalysator? Ach, der braucht auch ein Fass. Ah, okay. Dann ist es kein Wunder, dass ich es nicht sehe. Stimmt. Also. Und schon haben sie eine Aufgabe. Oh, dem geht der Biokraftstoff aus. Aber jetzt hat er wieder Biokraftstoff, weil der hier gelagert wurde. Okay. Aber irgendwie sind die nur... Jetzt sind drei hier, okay. Jetzt müssen die bloß noch hier irgendwie ankommen. Ich weiß, dass ich noch einen Verletzten habe. Es scheint einfach nicht aufzuhören, dass sie sich hier verletzen. Mich irritiert das gerade eben zutiefst, dass sie sich die ganze Zeit so hart verletzen, die Biberchen. Wo kann ich denn hier noch... Ich mach hier nochmal ein Krankenhaus hin, wo die Nummer eins hin. Damit die schneller behandelt werden. Ah, jetzt arbeiten sie hier endlich. Na also. Und da werden die Matz reingebracht. Gut. Das geht am Ende dann doch leichter, als man dachte. Hier brauche ich auch Zahnräder. Toll. Super. Ich habe gerade zu viele Verbraucher für Zahnräder. Das könnte vielleicht einer der Gründe für die Probleme sein. Okay. Jetzt gucken wir mal, dass ich auch mal ein bisschen Holz hier noch rüberbringe. Verteilung. Verteilung. Bretter. Ich sage mal so 10% Bretter. Und 10% vom Holz. Bringen wir hierher. Importieren, falls erforderlich, sage ich dabei auch. Nur, falls erforderlich. Ja, 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 ja. Ach Gott, ich bin ja auf der falschen Seite. Ach Gott, ich bin auf der falschen Seite. Entschuldigung. Also 10% hierhin. Falls erforderlich. Dann 10% hierhin, falls erforderlich. Dann machen wir wieder, wo ist es denn? Der Biokraftstoff. 50% darf hierher. Die Lochkarten. 50% darf hierher. Das hier 50% darf hierher. Da sage ich auf jeden Fall auch auf immer, weil hier sollen ja nur die arbeiten. In Distrikt 3. Das brauchen wir nicht. Ach, das ist wieder der Regler für den. Importierte Güter. Okay, danke, Tequila Monk. Das steht halt nicht dran. Kurios. Das ist die globale Ansicht. Ich kann es auch auf die globale Ansicht machen. Also Distrikt 1 ist ja unser Hauptdistrikt. Das ist der Hauptdistrikt. Okay. Die sollen einfach die Güter hier ausgleichen. Und ich möchte, dass Distrikt 1. Ach, Export. Jetzt sehe ich das. Da steht Export drin. Okay. Doch, dann haben wir es richtig gehabt. Dann haben wir es richtig gehabt. Das heißt also, das hier soll nichts davon exportieren. Das soll nichts davon exportieren. Nichts davon exportieren. Immer importieren. Ja. Ne, dann mache ich ja auch wieder Importieren bei Bedarf. Sonst machen sie es ja leer. Wobei, ne Quatsch. Das können sie gar nicht leer machen. Dann Export von Metall. Die sollen alles Metall hier weg exportieren. Was ist das hier? Gegrillte Teichrose brauchen wir nicht. Und das hier auch immer importieren, falls vorhanden. Okay. Jetzt hoffen wir mal, dass es was wird hier. Hallöchen, äh, McWitt. Willkommen. Genau. Bieber Time. Bieber Time. Richtig. Sogar Robo-Bieber Time. Äh. Ich habe aber eine Menge was jetzt eingespeichert. So, wie sieht es jetzt hier aus? Wir haben jetzt hier nicht die nötigen verfügbaren Materialien. Ich gucke jetzt mal, dass ich hier nochmal ein paar weitere Lagerstätten noch rein mache. Einmal hier für Holz. Einmal hier ein bisschen für Bretter. Das durfte ja dann schon mal reichen. Und da hätten wir dann noch eine viel größere Lagerstätte mit anderen Dingen. So, jetzt kommen sie von hier an. Und die Robo-Bieber bauen das jetzt hier auf. Ich bin immer noch am überlegen, wie ich das jetzt hier rüber transportiere. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das funktioniert noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist noch nicht so, wie gewünscht. Mal gucken. Also sie liefern jetzt hier auf jeden Fall schon mal... Warum bringen die die gegrillte Teichrose hierher? Das sollen die nicht. Aus irgendeinem Grund glaubt das Spiel, dass man jetzt hier gegrillte Teichrose hinbringen müsste. Ah, jetzt haben wir wieder einen, der hier arbeitet. Ja, die sollen hier ja nicht auseinanderfallen, die kleinen Botterchen. Die sollen ja hier fröhlich... ...arbeiten. Hier haben wir kein Holz. Warum bringen die kein Holz hierher? Ich bin irritiert. Ich glaube, einer reicht ja auch. Du brauchst auf der Seite von Distrikt 1 Arbeiter, aber das habe ich doch. Distrikt 1 habe ich Arbeiter, die das da hinbringen können. Oh! Ups. Ich war zu sehr beschäftigt. Ich war zu sehr beschäftigt. Ich habe das völlig vergessen. Oh, shit. Oh, shit. Ich habe das zu sehr vergessen. Okay, Problem gelöst, Problem gelöst, Problem gelöst. Problem gelöst. Das können wir wieder zumachen. Ähm... Ja, ja, das passiert ständig in dem Game, das stimmt. Aber... Das bringen die... Ah, nee, warte mal. Wir haben jetzt hier eine Menge Zeug. Jetzt verstehe ich... Jetzt verstehe ich, wie er das meint. Der hier muss das jetzt hier holen. Genau. Jetzt. Jetzt. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, der bringt das hier halt auch die Kartoffeln hierher und so. Scheiß. Okay, das muss wirklich nicht. Ich realisiere gerade eben, also Distrikt 3 braucht gewisse Dinge nicht importieren. Gar nicht importieren. Nein, 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 nein. Das hier alles nicht. Nein, 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 nein. Die brauchen hier keine Nahrung. Definitiv nicht. Die brauchen auch das hier nicht. Also, ja, bei Bedarf. Also, das hier brauchen wir alles nicht. Diese Frisalien. Distrikt 1 soll das hier immer importieren. Immer. Metall soll hier immer importiert werden, weil dafür sind wir hier rübergekommen. Okay, jetzt läuft es, wie es soll. Immer schon 30. Oh, wir haben 30 Lochkarten. Das Lochkartenteil funktioniert. So, und jetzt sage ich, hier sollen jetzt zum ersten Mal Botter arbeiten. Botter bauen Botter. Die hier sogar, boah, mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von 120% zu Werke gehen. Aber die haben eine Haltbarkeit, wie ich sehe. Oh. Das heißt, die Botter gehen irgendwann kaputt. Okay, müssen wir uns darüber im Klaren sein. Die werden nicht ewig existieren hier. Und jetzt haben sie das hier endlich gebaut. Okay, 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 okay. Wir kommen also voran. Wir kommen voran. Dann... Oh Gott, das ist halt die große Preisfrage. Das hier kostet halt Metall. Wir haben das Metall nicht. Eine Hängebrücke. Ne. Wir müssen mit sowas arbeiten. Dann gehen wir hier rüber. Da hin. Ich glaube fast, dass es keinen Sinn macht, jetzt hier zu tief zu gehen. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann müssen wir irgendwie nur noch da hoch. Und dann können wir... ...die Mine... ...setzen. Und sie sind schon am werkeln. Mit maximaler Geschwindigkeit. Äh, ja, ich habe jetzt einen Roboter hier auf der Seite. Ja, da habe ich einen hingepackt. Einen. Wohl gemerkt. So, die schaffen jetzt hier diesen ersten Übergang. Moment. Und jetzt, sobald wir noch einen Roboter haben, mache ich hier auch nochmal einen rein. Also Roboter machen wir jetzt bei uns hier Roboter. So weit, so klar. Das Schlimme ist bloß, dass ich mehr Zahnräder brauche. Viel mehr Zahnräder. Die Frage ist, wo bekomme ich jetzt... Ich habe eine Idee. Ja. Baut das mal, Freunde. Die erweitern wir jetzt mal unsere Möglichkeiten. Hallöchen, Tower Couts. Oh, braucht die Mine Strom? Bitte nicht. Nein. Gott sei Dank nicht. Sie braucht keinen Strom. Anleitung. Oh, die können sogar Wissenschaftspunkte hier machen. Okay, aber auf der anderen Seite ganz im Ernst, wie viele Wissenschaftspunkte kann man noch bauen wollen? Aber an einem gewissen Punkt wird es lächerlich. So, und hier wollten wir ja auch noch zumachen. Dass wir das hier irgendwann mal mit Süßwasser fluten können. Oh, wir haben wieder zwei arbeitslose Roboter. Dann schalten wir auf Roboter-Modus. Hier ist es auch schon fast fertig. Also, so langsam aber sicher sind wir an dem Punkt, wo alles zack, 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 zack geht. Wunderbar, wundersch... Unglaublich schnell. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ach Gott, habe ich den Weg hier eigentlich noch geplant? Nee, dann haben wir ihn nicht geplant. Bis die Kabiber rebellieren. Hoffentlich nicht. Die soll schönartig bleiben. Warte mal, ich bin am überlegen. Ich könnte es ja auch schon mal damit beschleunigen, dass ich jetzt sage, dass Biberbots hier drin arbeiten dürfen. Also, dann arbeitet jetzt hier ein Biberbot drin. Hier habe ich es noch nicht umgestellt, aber demnächst... Naja, wenn jetzt hier ein Biberbot ist, der arbeitet dann mit einer Geschwindigkeit von plus 120%. Der ist viel schneller. Sehr viel schneller ist der Kollege. Wir haben immer noch verletzte Biber. Ey, wie viele Krankenhäuser soll ich sie noch bauen? So, hier haben wir jetzt, wie gesagt, die Raffinerie für das. Jetzt machen wir die Raffinerie. Gelbe Teichrose, Biokraftstoff. Weil Teichrose haben wir genug. Ja, wobei nicht mehr so viel. Tatsächlich nicht mehr so viel. Ich muss vielleicht mal die Fläche für die gelbe Teichrose hier vergrößern. Wir vergrößern jetzt hier mal die Fläche für die gelbe Teichrose. Bietet sich jetzt hier mal so ein bisschen an. Okay, wir lassen jetzt hier wieder Wasser rein. Wir lassen da drüben jetzt auch schon wieder ein bisschen raus dann. Wie weit sind sie hier? Fehlt noch ein bisschen was. Das Zeug muss dann erstmal hier auch hierher geliefert werden. Dem ist hier immer noch diese komischen Grillkartoffeln hier. Und auch Wasser. Was wir nie gebraucht hätten. Das wurde übrigens bis heute nicht abgebaut hier. Dann mache sich das mal klar hier. Also Kartoffeln haben wir zu viel. So, jetzt machen die ja diesen Biokraftstoff. Wir haben wieder einen Roboter-Bieber, der arbeitslos ist. Das heißt, wir machen auch jetzt hier den Roboter-Modus an. Das Schöne ist halt, an denen die arbeiten auch nachts. Die arbeiten komplett durch. Auch hier erforsche ich jetzt mal, dass hier Roboter-Bieber rein können. Dann haben wir nämlich eine Rund-um-die-Uhr-Bretter und, ähm... Wie heißt's? Zahnrad-Produktion. Hallöchen, Padde-Berlin. Grüße, willkommen. Meine kleinen Bioboter-Bots hier. Bottet hier fröhlich weiter. Wie geht's dem eigentlich hier? 90% Halbbarkeit. Freut mich, dass du wieder da bist, Padde. Und schon mal Timoborn gespielt. Lohnt sich. Macht saumäßig Spaß. So, wir haben wieder einen arbeitslosen... Also, oh, hier hab ich sogar schon umgestellt. Das stell ich jetzt hier auch mal um. Ne, rund um die Uhr-Produktion. Ja, bei Dynamit brauchen wir das nicht unbedingt. So, und jetzt müssten wir eigentlich irgendwie das jetzt hier umherumführen. Also, Weg weg, Weg weg, Weg weg, Weg weg, Weg weg, Weg weg und Weg weg. Wir bauen jetzt hier wieder eine Werkstatt. Und hier können wir später sogar noch mal ein bisschen Papier machen, wenn es seid. Ne, Papier ist, glaube ich, zu groß. Shit. Ich dachte, es wäre nur 4x4. Shit, ich hab mich vertan. Wir müssen noch mal 1, 2 davor. Ich hab mich hart vertan. So macht das Sinn. Das Ehrenspiel zum Zusehen. Auch recht. Solange es dir gefällt, wenn du zugucken, bin ich zufrieden. Oh, warte mal. Ich würde fast sagen, ne, Lochkarten kann ich noch nichts sagen, aber. Ich würde sehr, sehr gerne jetzt, die ich jetzt hier noch mit Robotern jetzt hier versehen, aber erst brauchen wir einen Roboter dafür. Erst muss ein Roboter arbeitslos sein, dann können wir über Nacht Papier produzieren. Hier fehlen jetzt die Materialien. Wahrscheinlich genau ein Roboter-Glied-Maß. Befürchte ich. Es könnte sein, dass wir jetzt hier an die Grenzen gestoßen sind, das Mögliche. Wobei ich das noch nicht glauben will. Gut, nach Montra, war ein schönes Jahr. warst so kommt wieder durch der kleine holzroboter nummer 21 das heißt aber wir haben schon zwei verloren oder nie warte mal war der zählt doch glaube ich nicht alle nee wir haben insgesamt schon 23 das ist hier los einer hat leerstadt und hat nichts zu tun wir kommen in die nähe das ist schön 73 prozent also ich komme zu dem schluss dass ich das hier kurz pausieren kann dann kann ich hier noch mal ein botter rein machen die sollen jetzt hier rund um die uhr arbeiten ok und dann sollen sie bitteschön noch mal so ein gebäude für mich errichten einmal so und da würde ich dann direkt auch gleich noch mal ein bot reinsetzen weil zwei sind jetzt hier vielleicht doch ein bisschen zu viel ich finde es so schön dass sie jetzt leuchten ich wollte gerade schon sagen irgendwie liefert keiner jetzt liefern sie doch so ein paar brettchen noch vier brettchen noch und dann fertig bauen und dann kann der kollege ist ja auch loslegen bretter müssen geliefert werden ja da legt er schon los also mehr zahnräder wie viel energie produzieren ist inzwischen hier inzwischen brauchen wir halt auch echt die energie die produziert wird das ist krass weder du hast du wieder eine kolonie dahin gerafft oh je woran lag es dieses mal also du machst katalysator ich habe noch keinen speicher übrigens für katalysator gedöns da muss ich auch noch mal ran ach ja was ist ja immer 123 moment wir machen hier die pflänzchen weg dieses pflänzchen weg und dieses pflänzchen weg und dann können wir hier den katalysator graben speichern verhungert ja das passiert schnell vor allem am anfang vom spiel jetzt haben wir endlich wieder ein paar zahnräder aber die arbeiten halt jetzt nicht rund um die uhr also sage ich das kostet 5000 um die botte das ja automatisieren zu lassen okay jetzt haben wir neuen flaschenhals der flaschenhals heißt der ziel der forschungspunkte hier gehen sie jetzt auch vor wunderbar das ist auch wunderbar ups ich habe völlig vergessen das dinge jemals zu bauen genau wir brauchten nämlich jetzt das teil da dann brauchen wir immer noch eine bäckerei so oh gott wie groß ist groß wird das ding das wird ja monströs na dann mal ja damit hier ist alles ready die letzte explosion hier in unserem tümpel ja die letzte bis auf weiteres man bräuchte fahrzeuge ja kann man durchaus so sehen fahrzeuge werden ganz hilfreich so bastel 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 die getreidemühle bekommt kein power ach ja verdammt die dusche wird sowieso nicht mehr wirklich benutzt die kommt kurz mal weg jetzt müsste es aber gehen also du machst ich würde mal sagen rohkolben mehl weil wir von dem rohkolben ja gerade eben gar nichts an und der braucht zum glück keine energie ok gut ja jetzt brauchen wir dringend diese 5000 punkte oder warte mal ich mache es erstmal so dann macht er jetzt hier rund um die o papier arbeitslose bieber haben wir immer noch nicht ihr wisst ihr was echt übel wäre wenn dieses faulwasser sowas hier kaputt machen würde das wäre echt schlecht come on come on macht mal schneller hier ich weiß es ist absicht ich muss ja irgendwie noch hochkommen ich weiß bloß nicht wie so erstmal so rum so jetzt können sie gleich an das hier rankommen sobald der hier gebaut ist dann bauen wir diese treppe nach unten und dann das letzte verbindungsstück und dann kann ich theoretisch die dusche hier wieder machen falls nötig aber ich glaube die haben alle genügend nasses feld genügend nasses feld hoffe ich so jetzt haben wir 24 botter ich glaube ich reduziere den arbeitstag um eine stunde ich bin so dreist und gebe ihnen eine stunde mehr freizeit ok hier können wir auch weitermachen dann holen wir nochmal einen tank einen mittleren und da kommt jetzt katalysator rein eine zweite mühle neben die erste du meinst hier geht das oh ja du hast recht dann können wir den plan ändern du hast absolut recht dann können wir komplett den plan ändern ich bin ehrlich gesagt da gerade eben nicht auf die idee kommen also noch mal eine getreide müde hin zack sind alles heruntergeschmissen naja sie haben genug zu tun wie weit ist der jetzt hier der wartet immer noch auf die mats weil die hier nicht zurecht kommen roboterköpfe roboterbeine roboter torsos all das ach wir haben kein metall mehr deswegen geht da nix shit der hat keinen bio treibstoff mehr ungünstig dass der diesen weg jetzt hier nimmt habt ihr hier keinen bio treibstoff mehr ok das ist schlecht kann es sein dass ich inzwischen schon zu viel bio treibstoff verbrauche eigentlich hat es ja noch ja ich könnte jetzt noch metall produzieren du hast recht wir aktivieren das ding hier wieder wir aktivieren das wieder naja also ich dachte eigentlich von der logik her dass sie immer das hält die hälfte hierher karren aber anscheinend machen wir das nicht moment wir müssen noch mal gucken also distrikt 3 nee distrikt 1 soll biokraftstoff so vielleicht ich weiß nicht genau wie das zu rechnen ist ich habe jetzt einfach mal gesagt sie sollen es hier nochmal was herbringen in der hoffnung dass sie dadurch jetzt hier nochmal ein bisserl treibstoff jetzt hier bekommen oh das ist ungünstig das ist sogar super ungünstig ich muss jetzt hier tatsächlich einen normalen bieber hierher migrieren damit der diesen job hier macht sonst versorgt er die nicht mehr gute abend knopfaugen willkommen und der bekommt sogar ein haus von uns der bekommt so ein egoisten haus hier die frage ist bloß wo ich es hinkriege so unser kleiner einsiedler hier faule war so flut in drei tagen ok also denen geht es wieder gut ok er arbeitet er macht das jetzt hier alles wunderbar keep going team keep going keep going so der ist jetzt hier am start der wohnt jetzt auch hier und zu essen bekommt er ja immer hier also der wird nicht erhungrig werden weil er ja hier arbeitet also eigentlich ist das ideale der bieber flotte der dritte ich gebe dir ein bot wenn du das möchtest da hier kommen sir bieber flott der dritte weil die sind wirklich flott unterwegs die jungs kann ich mein boah das wäre mein ding ein haus für mich alleine weit abseits anderer lieben gewesen und nur von robotern rumbasteln er hat das perfekte leben für sich gewählt hier ne robo bob ne wir haben noch keinen robo bob der bekommt nämlich jetzt hier endlich sein nötigen treibstoff weil ich gerade echt merke wir brauchen sehr viel mehr wieviel teichrose haben wir stanien ahornsirup kartoffeln weizen kann ich auch aus anderen das herstellen ich habe keine teichrose mehr ich mache mal aus kartoffeln jetzt hier mal den treibstoff ich glaube dass die teichrose ein bisschen überfordert ist so ein bisschen zumindest der bibernator t1000 dann ist es der hier so der macht nämlich neue bots jetzt hier der bibernator ich brauche mehr mats was braucht man eigentlich dann gott oh gott wird das teuer 350 zahnräder 200 behandelte der leckst mich das wird ätzend fun fact ich würde gerade eben nichts also der liefert hier nichts hin in der nacht logischerweise weil er nicht arbeitet die lochkarten dann auch weg verdammt der mit dem bieber tanzt dann wird der hier der mit dem bieber tanzt erledigt okay schaffte das jetzt hier der hat sich da oben hingestellt der frechdach was ich übrigens lustig finde ist der hat bekommt trotzdem noch die annehmlichkeiten der anderen achso der hat der hat die boni noch mitgenommen der hat sich einmal aufgeladen mit all diesen boni und ja ja ok verstehe hier ist wieder fast nichts mehr drin guten abend walking dead willkommen warte mal warte mal warte mal pause das ist der bieber flott robo bob und dann haben wir noch den holz roboter das war dann hier ja marvin naja ne wirklich faul geworden ist die horde nicht de facto haben wir immer noch jede menge arbeitslose wir haben gerade eben eher einen generationswechsel wir haben 15 jung bieber und nur noch 94 erwachsene das schränkt natürlich schon ein bisserl ein so hier macht man die kartoffeln weg freunde es könnte sein dass jetzt zum ersten mal im bereichen kartoffeln weil wir könnten auch saumäßig mit karotten hier arbeiten wir haben so viele karotten felder also ich gucke es mal ich mache das sind die tanks hier voll und dann sehen wir weiter verbrauchen auf jeden fall eine menge von dem zeug so wir haben wieder einen arbeitslosen robo bieber wo packen wir den denn jetzt hin wo macht es sinn einen weiteren robo bieber zu naja eigentlich wird immer noch hier aber das problem ist es kostet immer noch 5000 erfahrungspunkte und hier macht es eben auch keinen sinn das lustige ist die robo bieber könnten sogar wirklich die felder bestellen brauche ich noch mal eine raffinerie meinst du nee ich habe doch jetzt schon zwei wir hatten halt jetzt erstmal die ganze zeit lang nicht genügend material ahornsirup haben wir immer noch genug in die forschung bei uns was ist los ach das macht das geräusch ok das hier kostet mich nee ich darf in der forschung keine robo bieber rein das müssen echte bieber sein das ist nicht gestaltet freunde hier sind die ganzen träger bieber eh die sauschnell unterwegs sind ihre affigen geschwindigkeit hier die sind halt deutlich schneller als die normalen bieber sehr viel schneller so zwei robo bieber die jetzt arbeitslos sind hm wo kann ich die noch einsetzen ich schalte mal hier um dass hier noch mal ein paar robo bieber am start sind ja so finde ich das sinnvoller inzwischen habe ich 25 und einer ist noch arbeitslos wo ist der angeblich ist einer noch arbeitslos aber wo ah wir sind jetzt endlich hier sie fangen an sie beginnen rohholz bretter ok ich scheine ein problem mit dem rohholz hier zu haben bei distrikt 3 warte mal ich mach jetzt mal distrikt 1 holz immer importieren sag ich jetzt mal ne quatsch in distrikt 3 sollen sie immer importieren aber das ist ja schon eingestellt ach so hä aber ich hab doch genügend holz ok ich verstehe es manchmal einfach nicht manchmal verstehe ich es einfach nicht was hier los ist ne das liegt nicht daran dass ich nur einen lieferanten haben der liefer hat dahin aber es liefert niemand hierher das ist das ding was hier phase ist hier liefert einfach keiner hierher ach so doch mal was recht nur ein lieferant jetzt verstehe ich was das problem ist oh mein gott ich dachte die ganze zeit dass meine träger das hierher liefern aber nein das sind die eigene arten von trägern ja jetzt dann muss ich hier sogar noch mal welche rein machen ok oh die fortwasserflut hat begonnen mach mal besser zu wir machen hier auch kurz noch mal zu dass wir das ganze wasser noch reinlagern ja ich habe eine exportgrenze drin ich kümmere mich gleich drum ich kümmere mich gleich drum erstmal muss ich mich um das wasser kümmern so dann kann ich nebenbei noch das jetzt hier machen und dann haben wir auch endlich Mehl äh ups versehentlich was geplant was gar nicht geplant werden sollte ok jetzt ist es schon recht voll hier unten dann machen wir hierzu das sind auch genug 6 tage und jetzt machen wir hierzu und hier komplett auf so die haben immer noch keine aufgabe also du machst hier weizenmehl und du machst rohkolbenmehl oh kein distrikt fahrt verbindung zack jetzt schon dann was machst du brote krass der macht jetzt mal brote bin gespannt Gott wir brauchen noch so viel holz äh wie weit kommt der noch der kommt noch bis hier oben also wir machen jetzt hier nochmal ein bisschen eichen hin hier nochmal ein paar eichen und hier nochmal ein paar eichen ja bis hier kommen wir leider nicht so und die dürfen natürlich jetzt auch noch gefällt werden aber wir haben ja dafür schon einen Kollegen ja der kommt aber da nicht ganz hin verflixt und zugenäht dann machen wir den da jetzt hin dann machen wir den da jetzt hin so dann kann hier die holzfäller fahren hier weg und das hier kommt noch dahin so ausgezeichnet noch ist das faulwasser nicht da wir haben genügend zahnräder so jetzt kann ich mich endlich um das hier kümmern nicht die völkerung migrieren nein Lochkarten sind wieder da Karotten endlich biokraftstoffe also wir müssen jetzt gucken dass distrikt 3 nichts exportiert distrikt 1 ich habe halt nicht mehr so viel gut an ok ok jetzt bringt mir mal hier das holz ran freunde also wir haben langsam aber sicher wirklich ein kleines problem im holz wir verbrauchen zu viel das das ist das ding ich mach mal den hier kurz mal wieder an genau lennipol gönn dir löwenanteil ich stell das auch heute abend nochmal am ende des streams nochmal vor so moment ok ich weiß jetzt gar nicht mehr warum ich das gemacht habe jetzt jetzt sind wir hier auf jeden Fall wieder voll ich weiß dass mein Bergwerk noch Materialien braucht so nach und nach bringen die jetzt hier alles hier rüber ich muss gerade mal gucken wegen den behandelten Brettern und den Zahnrädern wo sind die denn hier wo sind die denn hier die sollen auf jeden Fall ja die dürfen exportiert werden und wo sind die behandelten Bretter die dürfen auch exportiert werden also eigentlich haben wir Bedarf aber das Spiel sieht es entscheidend nicht so auf jeden Fall können die Botte jetzt hier wieder fröhlich arbeiten bretter sind da achso es könnte sein dass ich hier keine ich weiß was das Problem ist ich brauche hier noch einen Ort an dem ich halt moment die Zahnräder und einen Ort an dem ich die behandelten Bretter einlagern kann jetzt erst erst jetzt können sie es transportieren vorher geht das nicht es sind ja nur drei Rundhölzer die müssten eigentlich demnächst mal herkommen ja vier Stück sind schon mal da so der ist jetzt fertig und jetzt fehlt noch der da ach guck mal jetzt sind hier schon die ersten behandelten Bretter da eins noch gut die können das nicht als Lagerplatz hier verwenden die müssen das tatsächlich erst hier irgendwo einlagern und dann werden sie es glaube ich hier rüber transportieren sonst machen die nichts glaube ich zumindest aber guck mal 20 das geht das geht jetzt glaube ich schneller als man denkt nur das Rohholz ist momentan noch eine Herausforderung das Rohholz ist gerade eben schwierig ich glaube ich werde das ist ja dann doch nochmal für Bäume nutzen hier ja das nutze ich für Bäume und sage dass diese Bäume hier auch noch gefällt werden dürfen keine 3600 haben wir dann könnte ich ja auch noch ein bot reinsetzen aber ich habe das gefühl wir sind jetzt wirklich eine grenze gestoßen es ist sehr teuer diese bots zu produzieren 50 von 350 zahnräder die bäume zum kanal zum fällen freizugeben und welche meins macht die da ja du hast recht das habe ich noch gar nicht gemacht gehabt korrekter einspruch an der stelle ja ich wünsche mich könnt ihr noch mehr fläche nutzen gibt es hier noch mal einen weiteren baum der kommt nur bis hier aber der kommt nicht bis hier schade aber ich kann diese beiden flächen jetzt hier noch nutzen ganz im ernst ich würde mich ärgern wenn nicht kommst du da noch in diese fläche geht nicht mehr so wir haben es übrigens schon 30 erreicht durch das neue brot was wir jetzt hier machen können gerade eben ja wir haben immer noch ein paar warum verletzen die sich ich verstehe nicht warum die sich so hart verletzen strauchlaterne haben auch nicht so viele hier der strauch der wird auf das da der wird hier hier wird der strauch ich müsste mir halt irgendwann mal noch mal sträuche irgendwie da oben in bauern ob da hochkommen eigentlich wollte ich hier noch mal so was den strauch hin machen das sind dann die medizinischen utensilien schleifsteine habe ich zwei stück jaja ich habe schleifsteine in meinen augen eigentlich genug es ist so krass warum also ich verstehe nicht warum die biber sich inzwischen so hart verletzen die ganze zeit das ist echt das macht mich gerade ein bisschen baff so wie sieht sie aus ein drittel tja die wuseln sich auf jeden fall mit highspeed durch die gegend behandelte bretter wie viel ist hier drin zwei zahnräder ich glaube ich kann hier noch mal ein bisschen mehr her transportieren also ich sag mal so eine behandelte bretter und co haben viel mehr als man eigentlich braucht ich entscheide dass man die arbeitsplätze nicht mischen können warte mal ich schalte mal hier wieder um ich bin doch 1 runter und dann kann ich ihn hier wieder zurück migrieren ja der 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 muss nicht hier sein der muss nicht hier sein also wir migrieren die ich wieder darüber zu distrikte 1 und holen stattdessen noch mal einen weiteren botter hier rüber so da naja ich weiß dass dieses gebäude arbeiter benötigt wir brauchen halt mehr bots wir brauchen mehr bots also ihr seht das hier funktioniert das ohne probleme der b also jetzt wo wir die kartoffeln benutzen der biokraftstoff kein problem mehr gar kein problem mehr zwei roboter gehäuse wenn die arbeiten hier gerade eben daran dauert halt noch ich habe sie ja eigentlich schon aus besonders riskanten jobs rausgenommen also die haben jetzt hauptsächlich noch so was wie farmen und so weiter und so fort und wir haben jetzt noch ein bisschen holz abnagen so groß ist eigentlich jetzt deren herausforderung nicht mehr behaupte ich wegen der verletzungs wahrscheinlichkeit meine ich ich weiß es nicht so 105 behandelte bretter schon hier 138 zahnräder 95 roholz dann bin ich ja mal gespannt wie wir hier das material ich brauche dann auch noch einen ort an dem ich hier moment das altmetall einlagern kann das ist das falsche gebäude genau also hier wird kurz mal zwischen gelagert und dann soll es direkt hierher gebracht werden und dann hier rausgebracht werden hier soll gar kein altmetall bleiben die lochkarten habt ihr ihr seid voll mit lochkarten perfekt 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 ich freue mich darauf wenn ich die dinge endlich auf roboter umstellen kann dann werde ich erstmal hier roboter rein machen überall 123 und hier nochmal normale biber arbeiten lassen in der roboter fabrik dem fehlt hier kraftstoff und jetzt sehen wir ihn schon gar nicht mehr weil einfach blitzschnell weg ist schon bei 31 wieder runtergefahren auf 30 roboter hat keinen kraftstoff mehr dann sollte er mal ein bisschen tanken ich hoffe er ist auf dem weg dahin nein das meinte da es sind immer noch sieben bieber verletzt und wir haben fünf arbeitslose bieber jetzt mache ich nochmal normale bieberträger hier draus dass sie die sachen mal schneller von a nach b transportiert werden zwei arbeitslose roboter bieber der gag ist wir werden die zahnräder und die behandelten bretter hier wahrscheinlich schneller abgeschlossen haben als alles andere weil guck mal wir haben fast kein holz mehr das ist krass das ist sogar sehr heftig so das hier können wir deaktivieren weil hier kommt ja nichts mehr ran hier liegt doch noch so viel zeug rum ach das sind immer noch kartoffeln ok so ich habe übrigens auch keinen speicherplatz für brote wollte ich mal erwähnt haben da muss ich irgendwann auch noch mal ran hey panzerkampfwagen danke dir für deinen prime sub im 32 und willkommen guten abend bei den biebern jetzt haben wir schon 4.500 forschungen ok 5000 ist das ziel okidoki den geht der katalysator langsam aus ok die faulwasserflut ist beendet das ist eine gute nachricht dauert trotzdem ewig bis diese brühe weg ist so ekelhaft aus jedes mal so fünf bieber die verletzt sind ich würde halt gerne einen weg finden die verletzungen der bieber zu vermeiden weil hier ein schleifstein ist komme ich hier nicht hoch das ist ein problem wir machen diesen schleifstein weg na gott da komme ich gar nicht hoch kann machen was ich will das funktioniert so nicht liebe smurplein ok dann können wir den schleifstein weg machen ich habe mir dann mal was eingebildet was nicht geht kommt immer noch braune brühe wie viel wasser haben wir noch 64 hier sind so noch 15 cm unangenehm das ist unangenehm hier wird einfach zu viel abgepumpt wir müssen wirklich auf das faulwasser ein bisschen mehr achten was ist echt das da ach da kann man so umschalten tja das problem sie haben keinen kraftstoff wir haben nicht genügend holz es wird einfach zu viel holz an allen ecken und enden gerade eben verbraucht deswegen können wir nichts produzieren das ist das ding inzwischen haben wir einfach zu viel kraftstoffverbrauch ihr könnt sogar noch da hinten ich glaube das machen wir noch 1 2 3 so aber der kommt ja eh kaum hinterher 4 8 die sollen die bio brühe verbrennen zum heizen ist auf jeden fall mal eine spannende these ah jetzt na also kommt schon fehlt nicht mehr viel paar behandelte bretter ein bisschen was von dem runterholz wo sind wir eigentlich mit dem behandelten bretter behandelte bretter haben wir noch 7 also ich muss jetzt in der holzwerkstatt hier auch wieder behandelte bretter herstellen jawoll wir haben die 5000 na also jetzt kommen wir überall border rein sehr gut und der kann jetzt hier endlich wieder ein paar behandelte bretter machen das kostet echt das da 2,2k ich hoffe echt dass wir die anzahl der bots noch weiter erhöhen können Lochkarten haben wir 99 das sind dann glaube ich alle die hier eingelagert sind überall ich habe ja noch kein offizielles Lochkartenlager wobei man theoretisch hier mal eins hin machen könnte zumindest ein kleines ein kleines Lochkartenlager da ich kann mit biokraft schon auch öfen betreiben hier kann ich das nicht auswählen bei der bäckerei nö also bei der bäckerei geht das nicht aber ich habe auch ansonsten keine öfen in dem sinne ach so du meinst theoretisch ja theoretisch ist eine sache sag jetzt lassen wir mal wasser rein wir sind wirklich an die grenzen gekommen dieses mal ok jetzt haben wir wieder genügend wasser holla die waldfee so wie sieht es hier aus also zahnräder sind jetzt alle hier jetzt fehlt nur noch die behandelten bretter das heißt ich brauche gerade eben nicht mehr so viele zahnräder das heißt ich kann den kurz mal deaktivieren dass wir ein bisschen mehr bretter übrig bleiben das selbige mache ich hier ich möchte dass mehr bretter übrig bleiben damit ja wobei ich habe genügend bretter sagen wir mal ehrlich daran liegt es nicht nee daran liegt es nicht die sollen ruhig weitermachen ja mit 640 bretter eigentlich brauche ich jetzt hier wieder einen von denen die jetzt hier die behandelten bretter herstellen aber irgendwas ist ja immer ich habe bäume zum fällen freigegeben ja 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 aber halt nur die die ich jetzt neu angepflanzt habe hier sollen ja nicht gefällt werden das problem ist also ganz im ernst was ich jetzt mal mache ich stoppe jetzt mal das dann ich brauche mehr holz ich realisiere leute ich brauche einfach mehr holz bretter haben wir genug jetzt ne ich brauche holz das ist jetzt hier der limitierende faktor geworden mal wieder ich bin einfach in einem holzflaschenhals mein holzanbau kommt mit meiner industrie nicht mehr zurecht wir müssen jetzt warten bis diese anderen holzflächen von uns jetzt hier das liefern was wir wollen mehr holz und ich würde fast sagen es macht sinn einen weiteren Förster zu setzen hier hin so auch hier kann ich dann nochmal den Förster erweitern so Förster mal hier hin hier machen wir mal keinen baum hin weil hier sage ich kommt dann wieder ein holzfäller hin ja der kommt easy an alles ran ach das ding braucht platz um sich ich verstehe ok und schon haben wir neue flächen und jetzt lass ich hier schon wieder alles überschwemmen nicht mehr ganz so viel wasser reinlassen und dieses mal sogar hart überschwemmt sogar sehr krass verbessert sich die lage ja so langsam kommt versichere 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 so jetzt gehen wir wieder auf die halbe stufe hier und hier da fehlen jetzt nur noch 14 behandelte bretter und ansonsten noch roholz ja roholz ist jetzt hier der limitierende faktor geworden das soll man machen genau zum fällen freigeben natürlich aber die brauchen noch ewig bis die gefällt werden können die meisten sind ja schon zum fällen freigegeben wie man sieht also es ist eine menge zum fällen freigegeben alles was wir im grunde ertragen können was gefällt wird wir haben jetzt schon zehn botter die arbeitslos sind moment schon mal bestellen das jetzt hier wieder um auf botter was kostet das hier 800 nee das will ich nicht bringt die behandelten bretter hier rüber es sind noch zwölf die wir noch brauchen ich habe aus irgendeinem grund metall blöcke hierher genommen warum ich will nicht dass das trick drei blöcke blöcke metall blöcke annimmt nein ihr nehmt keine metall blöcke an das braucht ihr nicht ihr braucht auch jetzt keine karotten mehr ja wir sind leider immer noch hier egal an meiner pumpe sind welche nicht freigegeben moment das habe ich nicht gesehen oh ja hier du hast recht danke für den hinweis den habe ich völlig übersehen aber jetzt wächst auch endlich wieder so ein bisschen unsere holz äh lagerung wir brauchen nur noch acht behandelte bretter und 150 roholz dann haben wir langsam aber sicher wieder ein bisschen metall das wird noch ein bisschen anstrengend aber ich habe das gefühl dass jetzt hier die roboter teile guck mal wir haben jetzt hier ein roboter kopf übrig dass das jetzt hier langsam aber sicher wieder was tut ja wir können das hier wieder aktivieren das können wir wieder aktivieren jetzt produzieren wir wieder an zwei roboter produktionsstätten roboter noch sechs behandelnde bretter noch sechs behandelnde bretter noch sechs behandelnde bretter so so die bringen teilweise einzelne bretter gebracht ich weiß es nicht das ist seltsam 169 holzen am start und 65 holz wenn ich 2000 habe würde ich den hier tatsächlich umschalten das hier noch mal ein botter das macht ein bieber botter einen noch dann brauchen wir nur noch behandelte bretter rohholz tschuldigung na also na also na also na also das liegt jetzt hier raus das brauchen wir nicht mehr das hier fliegt hier raus das brauchen wir jetzt nicht mehr kann ich später noch entscheiden was ich damit mache also ob ich überhaupt noch was damit mache also wie wir sehen das hier funktioniert jetzt einwandfrei unsere rohstoffe für unsere bots funktionieren wir haben jetzt wieder zwei arbeitslose bots dann schalten wir hier um jetzt habe ich elf arbeitslose bieber aber wie gesagt die haben dann mehr freizeit mehr bieber freizeit das war ja der plan 134 135 ich glaube ich mache jetzt hier mal jede menge lieferanten dahin die sollen wir mal das gesamte rohholz hier mal rankarren dann haben wir das ding endlich fertig ist immer noch kein rohholz hier ja okay das rohholz wird so schnell abgeholt so schnell kann ich gar nicht gucken ich will nur überlegen ob ich jetzt hier nochmal ein größeres altmetall lager machen soll oder ob es mit dem kleinen altmetall lager hier reicht keine ahnung wir werden sehen ich bin noch ein bisschen ratlos was das angeht also wenn botter botter bauen geht das echt schnell 38 43 wow 43 bots das ist krass zwischen 14 arbeitslose bieber das ziel ist eine 100 prozent rate naja 100 prozent wenn wir nicht schaffen weil manche jobs müssen von lebendigen biebern gemacht werden so inzwischen macht ihr auch brote hier geil die frage ist wie kann ich jetzt hier noch mehr brote einlagern ich meine so rein platz technisch warte mal ich habe eine idee ähm oh gott das das wird unnötig kompliziert ich glaube dass ich jetzt hier einfach mal eine fläche definieren direkt gegenüber die nicht mehr bebaut werden darf und da werden wir das ding rein bauen ich glaube ich gehe sogar so weit und sage äh reißt die pflänzchen hier ab wir hallöchen kompetenzgenerator wir spielen die folgt tales also die äh krustikal route noch 60 ich hoffe nicht dass die roboter sich gegen mich wenden werden das ist äh definitiv nicht der plan dass sie sich gegen mich wenden so also dann zack 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 dahin dann können wir jetzt hier noch brote einladen brote da und dann packt backt mir mehr brote hier naja der witz an der ganzen sache ist ich habe jetzt hier wir sind komplett voll mit weizenmehl ich habe auch noch rohrkolbenmehl das ich noch für irgendetwas verarbeiten müsste ich weiß momentan nur nicht für was so jetzt bringt mal die brote hierher da 1151 go for it also der nachteil an den bots ist halt tatsächlich dass sie heftig langsam sind wenn sie keinen sprit mehr haben das ist dann der moment wo sie dann doch bösartig im nachteil sind so eine weitere bäckerei ich kann noch zwei bäckereien brauchen aber dafür brauche ich ne energie brauche ich dafür nicht das rohrkolbencrackermehl mit ahornsirup und weizenmehl produzieren sie ahorngebäck hm wo mache ich das hin revolution der maschinen ja genau das ist genau das was wir nicht wollen zwei weitere bäcker warte was ist das sind karotten das ist nochmal ein karottenlager wenn ich jetzt irgendwo mal ein fettes karottenlager bauen könnte also ein großes lagerhaus ein großes karottenlagerhaus ey ich mach das hier dahin dann kann ich die andere nämlich schließen so macht hier doch mal die dinger weg da kommt jetzt ein großes karottenlagerhaus hin wir haben die 2000 ab jetzt arbeitet hier ein holzroboter auf und macht uns jetzt hier wieder die schönen schönen behandelten bretter dann kommt jetzt hier das große lagerhaus hin und wie gesagt eingelagert werden sollen hier die karotten höchste priorität da bringt mich platz noch woanders hin hier sind es nur noch 19 ich bin echt begeistert dass wir das schaffen vor allem auch so spielen da kam gerade die riesen konga hat 60 rohholz abgeliefert das müssen sie nur noch hier dasselbe mit den brettern machen und das machen sie auch gerade heftig 72 nur noch 8 und zack da ist es fertig also jetzt können wir den hier sagen bitte ausladen das ist für kastanien das ist für kiefernharz habe ich nochmal irgendwo ein lager für karotten teichrose beeren kastanien nein ok gut so jetzt haben sie es schon leer bekommen gut dann kann das ja weg dann hätte ich gerne dass hier so ein teil noch errichtet wird so und so und so und so und so dann sollen diese bäume hier weg kommen dann kann ich hier beide reihen machen beide bäckereien so wie sieht es da drüben aus ist schon fertig es ist fertig oh geil jetzt sage ich ja dass roboter hier das arbeiten sollen ich brauche hier nämlich diese nicht mehr drin geil dann schicke ich noch mehr roboter jetzt hier rüber also wie viele roboter haben wir noch am start hier genügend nur drei stücke her geschickt die jetzt für mich das metall machen sollen mehr botter wären gut die kann man glaube ich sogar pausieren ja kann man wieder eine faulwasserflut ja ja die sind aus holz wieso was ist das problem damit dass ihr alles aus holz sind so nochmal einen rüber ach komm wir machen zwei ich will das jetzt hier richtig material gekloppt wird zwei mehr noch die sollen jetzt hier richtig richtig loslegen ja ich versuche dieses mal daran zu denken dann zu schließen dieses mal versuche ich es was fehlt ihnen denn ach die verbrauchen jetzt zahnräder und behandelte bretter ok das ist gewissermaßen ein horror gewissermaßen ist es ein horror ja dann muss ich jetzt hier wieder ein paar sachen anmachen ok aber immerhin verbrauchen wir den kram jetzt nicht mehr was meinte zauberer mit was können die also das hier fördert halt ja altmetall und leider verbraucht ist dabei im selben maße behandelte bretter und zahnräder also du verbrauchst im grunde 60 von der wertvollen ressource und bekommst 60 von einem anderen rohstoff her das ist schwierig nennen wir schwierig ach so ja ich könnte noch forschung machen das habe ich vorhin schon geguckt ich könnte noch wissenschaftspunkte generieren aber das brauche ich nicht wissenschaftspunkt ist nicht das was ich will ich bin ja für das metall her gekommen das problem ist bloß dass mir das nichts nützt dass jetzt hier so viele von denen arbeiten wenn die max jetzt hier nicht her geliefert werden das ist das ding ja ich werde hier auf jeden fall wieder jetzt hier eine etwas für behandelte bretter einrichten und auch hier wieder für zahnräder dann transportieren die das jetzt hier hin und her sonst klappt das nicht so wir haben wieder zahnräder ich hoffe dass ich jetzt genügend zahnräder machen also drei von diesen dingen müssen doch mal irgendwann mal reichen vor allem wenn es ja okay wir machen auch bots damit nicht vergessen wir machen auch bots damit jetzt haben wir das hier im moment moment jetzt können wir die nächsten ach gott ich hätte jetzt gar nicht da hinten hin bauen müssen egal rohkolb tracker und ahorn gebäck das war gar nicht nötig hier dann brauche ich irgendwann auch noch mal ein lager für das zeug guck mal wie voll das karottenlager jetzt schon ist krass ich frage mich gerade eben ob man noch mal ein lager da oben drauf bauen könnte ein großes lager oben drauf bauen könnte irgendwas anderes ja ja in 1,1 tagen wird es brauchen das ist aber alles völlig in ordnung soll ich dass ich mal weniger mehr rein und weniger da drüben raus genau wie sieht es hier aus wir machen mal zu wir gehen jetzt immer auf die halbe höhe schon mal ich muss mich dieses mal ein bisschen mehr darauf konzentrieren das wasser einzulagern beim letzten mal war es so ein desaster und das will ich dieses mal nicht haben ja komm wir machen sogar ganz zu jetzt hier das hier soll schneller voll werden wir sind schon bei 1,90 knapp wankend ok jetzt noch bei zwei meter hier sind wir noch nicht ganz so weit oben also wir machen kurz hier mal zu 1,92 ok jetzt wird es langsam aber hart voll wir machen hier zu und hier komplett auf und dann sehen wir nachher wie die wasserverteilung sich jetzt wirklich darstellt 1,93 ist in ordnung 1,94 1,96 also wir sind mehr oder weniger bei den zwei metern jetzt hier hier sind auch noch mal überflutet worden zwei meter die ganze die welle hin und her hin und her hin und her jetzt ist es immer noch leicht überflutet also hier ist zu hier ist zu überall zu ok dann kann das faulwasser uns jetzt hier gerade eben erstmal egal sein ich habe eine menge sprengstoff oh man so macht jetzt er endlich metall ich habe nicht das gefühl dass das system funktioniert für mich irgendwas mache ich falsch hier sind die behandelten bretter haben wir jetzt inzwischen eigentlich wieder metall wir haben vier metall also ich glaube wir machen schon was es braucht halt eine weile zum anlaufen oh wir sind hoch auf 32 wir sind hoch auf 32 die ersten ahorngebäckstücke sind da die ersten rohrkolbencracker sind da das einzige was wir nicht haben sind sonnenblumenkerne agora haben wir nicht tanzsaal haben wir nicht 33 geil was bedeutet das jetzt hier für die bibelchen der hat sogar 37 holy bei 47 würde er dann nochmal 100 prozent bekommen bei 42 noch mehr bewegungsgeschwindigkeit und bei 40 ja also wir haben es inzwischen geschafft dass es den 33 dass es den biebern wirklich sehr gut geht denen geht es enorm gut da gibt es nichts zu meckern freunde so das will ich nur noch ganz kurz beobachten ob wir auch noch das metall jetzt auch mal bekommen habe ich ihnen gesagt warte mal ihr dürft alles exportieren grenzwert null prozent nicht importieren immer importieren jawoll jetzt müsste es passen hoffe ich also wann auch immer hier kurz mal etwas ankommt ist es gleich weg ah die lieferte kurz mal das rohholz rein jetzt habe ich kurz mal gesehen dass sie arbeiten kurz ich habe das gefühl dass es gar keinen sinn macht hier so viele von denen zu haben ah jetzt arbeiten sie kurz mal ich habe eine produktivität von sieben prozent könnte geiler sein die zahl der zahnräder sind glaube ich einfach nicht ausreichend ich kann nur hoffen dass wir jetzt demnächst genügend zahnräder haben ich meine ich produziere jetzt hier schon drei drei das ist wirklich schwierig sagen wir es mal so es sind wirklich die zahnräder jetzt muss ich bloß hoff 35 nice can't complain about that okay jetzt sind wir drüben 34 aber die 35 ist absolut erreichbar jetzt hier durch dieses leckere gebäck was wir produzieren ich hoffe jetzt einfach mal dass unsere holzproduktion mithalten kann theoretisch verschwende ich ja auch noch fläche ne aber ihr seht das große problem ist dass hier das wasser halt also das faulwasser hat einfach alles kaputt macht und diese bäume hier die brauchen halt noch eine weile dann haben wir auf jeden fall genügend holz zwirbel zwirbel wir sind schon insgesamt bei 55 bots ja die sind hier momentan nicht ausgelassen ich gehe hier mal wieder zurück auf normale bieberlein dann kann hier noch mehr transportiert werden ich arbeite jetzt fünf stück hier sind wieder behandelte bretter drin die zahnräder sind einfach das limitierende ding man sehen könnte wie viele zahnräder man netto plus macht dann könnte ich mich dafür entscheiden wir sind bei 36 dann könnte ich mich dafür entscheiden nochmal eine zahnradfabrik zu bauen aber ich habe das gefühl dass ich gerade eben jetzt bretter noch verbrauche ich habe das gefühl ich verbrauche zu viele bretter für all die jobs die hier am laufen sind 1.500 ne den job müssen wir nicht beschleunigen den nicht gibt es noch irgendeinen job den ich dringend beschleunigt sehen möchte naja ich eigentlich nur den in der theorie machen die ja auch ganz schnell hier muss man gerade mal gucken wie viel energie wird eigentlich schon übertragen ne also das netzwerk verbraucht immer noch weniger als es als wir produzieren das ist einfach der oberhammer ja dieser motor erledigt eigentlich alle jobs die wir brauchen ne hier kriege ich keins mehr rein ne hier kriege ich keins mehr rein es sei denn ich würde hier nochmal 237 238 ich denke wenn ich jetzt her ginge 1 2 1 2 3 dann kriege ich hier nochmal eine hin oder auch nicht moment bevor ich was doch ich könnte ich könnte vielleicht ne ich krieg's nicht hin ich krieg das hier nicht hin das können wir sein lassen shit wie bekomme ich jetzt hier noch die energie rüber knifflig wenn ihr mich fragt ganz im ernst ich glaube die brauche ich gerade eben nicht ich habe eine bessere idee was ich mache ich mache weil ich die energie ja hier schon habe den da dahin ach guck mal der kann auch energie übertragen der kann auch energie übertragen also maximale priorität und dann soll da ein bot drin arbeiten und ich brauche keine neue energiequelle bauen das wird sonst zu kompliziert vor allem vor allem auch bei der holzausbeute die ich gerade eben habe so baut mal den hier fertig so ok also dann gibt's jetzt hier nochmal einen vierten zahnrad bastler also wir bekommen jetzt mehr metall aber es ist nicht erbaulich ich sag's euch gefühlt ist das hier einfach zu weit weg gefühlt ist es so dass ich hier das alles anbauen müsste aber das muss doch auch anders gehen das muss doch auch anders gehen hier sind wieder zwei arbeitslose bots wo packe ich die jetzt wieder rein ja zahnräder haben wir jetzt gar nicht mehr eingelagert dann würde ich jetzt wieder sagen dann machen wir jetzt hier nochmal einen schlepper posten dann habe ich jetzt einfach mal verlagert jetzt hier 197 ich hoffe dass es auf einem hohen niveau bleibt also solange die bretter auf über 200 bleiben ist eigentlich alles in ordnung 61 bots bauarbeiter bauarbeiter man könnte auch immer mal sagen dass bauarbeiter das machen sollten aber weil man auch das ist ja easy lol 250 nur das kostet ja gar nichts das kostet ja gar nichts das kostet ja gar nichts jetzt habe ich hier vier bauarbeiter roboter ok ok das ist schon super episch leute und da ist die faulwasserflut beendet produktivität 30% und es kommt einfach nicht genügend materialien hier an wenn einfach mal ein bisschen mehr ankommen würde das ist schon heftig das sind nach wie vor die formalitäten zahnräder die der limitierende faktor sind mir geht schon wieder übrigens das holz aus na guck mal da oben 13 10 9 ein wie lange braucht ihr noch bisher im start seit noch lange die brauchen leider noch lange man müsste eigentlich einen weg darüber finden um hier mal ganz ganz kurz und shortcut zu haben für dieses holz da drüben das wäre so ein bisschen eine problemübergangslösung so das wäre jetzt hier so meine übergangslösung dann kommen wir noch mal dieses holz hier an können dann sagen würde das abbauen das sind eh alles tote bäume und theoretisch könnte man dann sogar noch sagen wir wollen hier noch rüber ja dann wären wir bei der quelle dann wären wir komplett angekommen an der quelle jetzt warten wir nur noch bis hier das faulwasser weg ist so langsam aber sicher wird es ja schon etwas heller da pflücken sie und die karotten hier sind komplett voll krass das ist halt auch immer so eine kleine schwäche hier ne natürlich in folisarius grüß dich so und ihr da drüben habt jetzt endlich den speed raus ne kann man so nicht sagen ich weiß nicht was ich machen soll wegen einem baum ist hier nochmal ganz ganz kurz hier den ja natürlich aktiviere ich den ganz kurz für einen baum ja ich wäre ja doof wenn ich es nicht tun würde so jetzt können wir wieder aufmachen wunderbar so wir kommen wieder frischwasser rein also bekommen wir auf jeden fall keinen fetten stapel so jetzt aber die produktion auf jeden fall sie scheint zu laufen also wir machen immer noch netto plus bei den arbeitern von daher alles gut so wir schalten hier auf roboter um so jetzt haben wir wieder 14 normale bibelchen die arbeitslos sind mhm 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 oh oh ich sehe aber dass der ahornsirup anfängt zur neige zu gehen das ist krass also es ist noch nicht alles ähm gleichgewicht was wir jetzt hier gemacht haben halten wir es mal fest wir haben es noch nicht komplett ins gleichgewicht gebracht das ist ähm das ist ähm da bräuchten wir jetzt noch mehr flächen noch mehr anbauflächen ich müsste nochmal eine zapfhütte bauen irgendwo wo es grün ist aber diese grünfläche hätten wir bedingt wir hätten sie bedingt hier in dieser umgebung ist halt scheiß weit weg noch eine überschwemmungszone hm also ich muss das jetzt hier kurz mal beobachten wie das mit dem ahornsirup sich verhält Kiefernharz Ahornsirup naja es kommt aber demnächst wieder eine neue Welle an so wie es aussieht die sind jetzt schon wieder kurz davor und sie sind auch nicht komplett alle abgeerntet der soll sich jetzt hier mal auf Ahornsirup konzentrieren das ist seine Hauptaufgabe Kiefernharz ist gar nicht so wichtig so den hier können wir wieder beenden und jetzt kommt hier gleich die Lösung unserer Holzprobleme zumindest Übergangsweise eine Lösung der Gag ist man könnte auch das hier Übergangsweise einfach zu einer riesigen Holz Dinge zu machen warte mal wie weit gehst du du gehst bis da ja wisst ihr dann kommt es der Moment wo man einfach so macht und dann sagt und dann sagt hier wird es hier werden jetzt Kiefern ne warte mal hier wird jetzt nicht Kiefern angebaut was mach ich denn ich will Ahorn hier anbauen und dann können wir hier nochmal Ahornsirup abgreifen zumindest teilweise so die Hälfte davon darf man dann fällen die hintere Hälfte wohlgemerkt so diese Hälfte darf man fällen Ahorn hier oben auch noch hin und dann brauche ich noch so ein Zapferich da die Zapfhöhle und schon hätten wir jetzt wieder ein neues Gebiet wo wir entsprechend was an und ab bauen können so hier kommt es endlich Holz sehr gut das geht jetzt hier wie das Brezelbacken hier drüben könnten wir auch dann nochmal was machen aber dann würde ich tatsächlich sagen hier machen wir dann eher nochmal sowas wie Eichen hin oder ne ich mache hier überall Ahorn hin das ist eine reine Ahornanlage hier so das ist der Ahornsirup niemals ausgehen ausgehen möge Okidoki Okidoki der ist es schon am Start wunderbar ja du konzentrierst dich voll und ganz auf Ahorn dem könnte ich auch schon mal sagen dass er hier arbeiten darf dem fehlen noch ein paar Bretter und damit sind wir quasi offiziell ist hier drüben und können auch noch hier theoretisch diese ganzen Bäume uns holen so wie sieht es hier aus immer noch nicht so geil aber guck mal wir haben jetzt zum ersten Mal also es läuft wir haben jetzt zum ersten Mal 27 29 Altmetallauflager das ist top und der wird weiterhin jetzt hier die Barren für uns produzieren also ich glaube wir fangen jetzt wirklich an Plus zu machen ich glaube wir haben es geschafft wir haben jetzt auch schon 71 Bots ich schalte um auch jetzt hier auf Bots die sind einfach schneller unterwegs die Jungs und deutlich effizienter und deutlich effizienter die sind einfach schneller unterwegs die Jungs Dynamiter hersteller brauche ich gerade eben nicht den hier brauche ich auch gerade eben nicht gibt es irgendetwas was Sinn machen würde jetzt hier noch umzuschalten den Zapfer vielleicht der kostet 750 hier dann machte nämlich jetzt hier einer Tag und Nacht hier die Zapfarbeit Tag und Nacht der hört nicht mehr auf ach Gott da kommt man ja nicht mehr rein ach ja stimmt ich bin so doof ähm Moment 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 die müssen hier durchlaufen können das ist das Ding das Ding ging das nicht Jo mei ne dann machen wir es andersrum ne dann machen wir es andersrum dann dürfen die Hinteren die dürfen gefällt werden darf gefällt werden darf gefällt werden die dürfen alle gefällt werden die hinteren dürfen es nicht also so bis hier und die hier auch nicht dann darf der hier diese Aarhorne fällen ok gut so rum macht es jetzt mehr Sinn dann sagen wir noch dass hier auch nochmal Aarhorn ran soll genau 73 Botter haben wir schon 25 von unseren Bibelchen sind arbeitslos beziehungsweise haben jede Menge Freizeit ich habe da gerade irgendwie eine Meldung bekommen von einem Botter aber das war ganz schnell wieder weg ja und hier fehlt jetzt Holz uns fehlt jetzt das Rundholz das ist jetzt wirklich ein Problem geworden so das hier alles weg das ist eh alles tot das ist alles tot hier boah guck mal jetzt kommt hier die Armee boah 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 das war interessant so dann sage ich jetzt hier paar Wege hier hin dann definiere ich hier kommt auch nochmal einer der das hier anbaut dann machen wir nochmal eine Zapfhütte dahin und einen der hier abbaut reicht ja einer dauert ja ewig bis es alles gewachsen ist so dann definiere ich das da hinten noch auch jede Menge Eichen hinkommen ich mache nur Eichen hin so der Plan und alles darf gefällt werden so 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 und so wie weit kommt der? der kommt bis dahinten ja das darf alles gefällt werden und dann sagen wir wieder dies da kommt alles weg 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 das Problem ist da wird wieder keiner rankommen dieses Objekt ist zu weit weg egal später kommen wir da vielleicht sogar noch ran wenn wir es wollen wir machen inzwischen wirklich netto mehr äh Dings äh was soll die Zapfhütte für später sauber einfach für später nur für den Fall das so auch hier mache ich eine Maschine rein 500 so das machen jetzt hier auch Maschinen so das machen Maschinen ich kann sogar sagen dass hier das Sammeln Maschinen machen sollen das Holzfällen Moment wo ist das Holzfällen wo sind meine Holzfäller Lies hier auch bitte eine Maschine rein hier soll ein Roboter auf Holzfällen warte mal ich wollte den Holzfäller doch glaube ich noch da hoch genau den wollte ich da hochpacken das hier kommt weg da kommt ein Botter rein wunderbar wunderbar dann sage ich auch hier noch ein Botter rein und hier noch ein Botter rein 35 sind gerade eben arbeitslos bei uns das können wir aber noch mal kurz mal ändern so ja ja wie gesagt bei den Eichen macht das wenig Sinn aber vielleicht ändere ich das also ich habe hier noch eine Fläche wo ich hier vielleicht noch sowas wie Ahorn oder sowas abzapfen möchte dann mache ich hier noch mal ein Ahorn Gebiet dazwischen Moment ich glaube ich mache hier noch mal eine Straße durch genau hier kommt noch mal eine Straße durch und jetzt machen wir mal wieder Plus beim Holz ja also Leute ich würde sagen auch wenn wir noch nicht alles haben aber ja das ist ein durchschnittliches Wohlbefinden von 36 das ist jetzt im Grunde durchgespielt wir haben es im Grunde durchgespielt gut am Volumen ja unter anderem Ahornsirup wir machen jetzt wieder Plus im Metall wir machen eigentlich in allem Plus außer in den Brettern die Bretter sind jetzt tatsächlich ein kleines Problem geworden ich hau mal hier die Metallblöcke raus so einen Moment einmal nochmal Bretter Metallblöcke wo lagern wir die jetzt ein wo lagern wir die jetzt ein dann müssten wir jetzt hier einfach nochmal mit Dynamit arbeiten da guck mal wie schnell das geht dann bekomme ich nämlich jetzt hier nochmal ein Metallblock Lager hier hin ohne Probleme und schon ist es grün äh da ich würde sogar fast sagen Moment wir machen das da oben alles jetzt hier so hin wir machen das da oben alles jetzt hier so hin dynamite ist ja direkt nebenan so wenn das jetzt hier weg ist dann würden wir uns jetzt hier so hin arbeiten wir machen Wurstel Wurstel und nochmal nochmal 74 Bots boah also theoretisch haben wir 200 Arbeitskräfte fast das ist schon heftig ich will einfach die fläche haben das sieht ein bisschen hübscher aus das ist der einzige grund sieht hübscher aus so ok leute das hier machen wir noch ganz schnell und dann sprechen wir gleich noch mal eine runde über löwenanteil ich habe ja eine verlängerung bekommen diesen monat darf es euch noch mal vorstellen ich bin selber sehr überzeugt davon habe auch erst heute abend mein abend er ist noch mal löwenanteil ist genossen der berglinsen eintopf es ist alles mega lecker ich sag's euch so wirklich jedes von den dingen habe ich besetzt gemocht was wollte ich immer hier schon im schlafen ich wieder beschlafen aber wie gesagt ich ich zeige es euch gleich noch mal hingehen also outgame und den hier noch den letzte noch da bringt er es her es muss es noch einer hin basteln schon 76 bots so hier würde ich jetzt sogar auch noch auf bots umstellen wir sehen also ich würde sagen das level der dekadenz haben wir in unserem kleinen let's play jetzt hier erreicht freunde auch hier machen wir inzwischen mehr altmetall als abtransportiert werden kann also wir haben es geschafft leute we did it wir machen auch mehr holz ich definiere das als durchgespielt und das spiel kennt jetzt hat auch keine weiteren großartigen herausforderungen mehr für uns